Die mecklenburgische Sonne Die mecklenburgische Seenplatte. Eines der drei großen Seengebiete Mitteleuropas. Das Herz Mecklenburgs, einer Region, in der seit 12.000 Jahren Menschen von dem leben, was sich aus- und mit der Natur herstellen lässt. In Mecklenburg passiert alles 50 Jahre später, soll Reichskanzler Bismarck einmal gesagt haben. Nur in der Landwirtschaft gibt es gerade hier schon immer Einmaliges. Und es ist eine Kulturlandschaft gewachsen in einem langen historischen Prozess. Aber, und das ist der Unterschied zu großen Teilen in Westdeutschland oder auch in anderen Regionen unseres Europa, dass sich hier mit dem Mittelalter Großbetriebe Gutsherrschaften entwickelten, die ein ganzes Dorf, die Flächen eines ganzen Dorfes eben dann als Bewirtschaftungsfläche hatten. Die Kleinstadt Penzlin war so ein Gut. Von hier herrschte ab 1500 ein Teil der Familie von Malzahn über riesige Ländereien und bis heute ist die Familie mit dem Land verbunden. Die Marienkirche. In der Gruft des alten Gemäuers stehen die Särge einer der einflussreichsten Familien des Landes. Hasenköpfe und Weinrebe. Das Familienwappen der Malzahns. Seit mehr als 500 Jahren prägen die Malzahns den riesigen ländlichen Raum und die Art und Weise, wie hier gewirtschaftet wird. In Sichtweite der Kirche die Burg Penzlin. Hier hob 1816 der erste Gutsherr im Land die Leibeigenschaft auf. Gott sei Dank, dass es ein Malzahn war. Insofern macht mich das natürlich froh. Aber ich meine, nach den steinhardenbergischen Reformen, also gleich nach den napoleonischen Kriegen, war das natürlich überfällig schon. Und in Mecklenburg dauert das etwas länger. Und deshalb kam es eben kurz vor 1848, wurde dann die Leibeigenschaft hier in Mecklenburg abgeschafft. Kriege, der steigende Heeresbedarf, dazu die wachsenden Hafenstädte im Norden und Berlin im Süden, ließen die Preise für Getreide, Gemüse und Holz in die Höhe schnell. Das war die wirtschaftliche Grundlage der Malzahnschen Höfe, einer Art ersten Großbetriebe hier in Mecklenburg. Die Gutsherren jener Zeit reisten durch Europa, brachten neue Ideen, Pflanzen, Techniken und Wirtschaftsweisen von überall her mit. Eine der Pflanzen, die hierher kamen, als es noch die Ländereien der Malzahns waren, ist die Zuckerrübe. Die Globalisierung der Märkte und veränderte Gewohnheiten haben ihre Bedeutung über Jahre sinken lassen. Seit kurzem erst steigen die Mengen wieder. Allerdings geht es heute eher um Futter und Biokraftstoff als um Zucker. Ohne diese neuen Verwendungen wären diese Felder brachen. Daran war zu den Malzahnschen Zeiten nicht zu denken. Es gab hier gerade in Mecklenburg-Vorpommern einige sehr fortschrittliche Großagrarier, die moderne Methoden der Fruchtfolge, der Humuswirtschaft einführten, die auch schnell neue Produkte, neue Kulturpflanzen hier ansiedelten. Die Zuckerrübe in Tersin, die erste Zuckerfabrik in Mecklenburg-Vorpommerns, die dann immer weitere Zuckerfabriken nach sich zog. Und dann aber auch der Kartoffelanbau, der hier eine Blüte erreichte. Die Abschaffung der Leibeigenschaft gab den Landarbeitern die Freiheit. Genommen hat sie ihnen die Sicherheit. Die Gutsherren sorgten nun nicht mehr das ganze Jahr für sie, sondern bezahlten ihre Dienste nur dann, wenn sie gebraucht wurden. Die befreiten Bauern fallen in den darauffolgenden Jahren noch mehr in Not und Elend. Grund und Boden bekommen sie nur in Erbpacht und zahlen dafür ihr ganzes Leben. Nirgends sonst müssen sie so hungern wie hier in Mecklenburg. Jede vierte Hofstelle wird aufgegeben. Der Boden in Mecklenburg ist sandig, aber fruchtbar. Die Mahlzahns in Penzlin gelten als ausdauernd, sparsam, vorsichtig rechnend, mit ausgesprochenem agrarwirtschaftlichem Talent. Von Reisen zu Königshäusern in ganz Europa bringen sie Anregungen mit, wie sie nicht nur die Landwirtschaft auf den Gütern optimieren, sondern auch gleich die ganze Landschaft verändern könnten. Die größte Wirkung erreichte Josef von Mahlzahn, als er die Drei-Felder-Wirtschaft abschafft und dafür die holsteinische Methode einführt. Auf sieben Schlägen wuchsen Erbsen, Getreide und Futterwiesen im Wechsel. In der Burg erinnern heute die Porträts von Josef und seinem Sohn Ferdinand an die Abschaffung der Leibeigenschaft und daran, dass sie hier eine ganze Kulturlandschaft prägten. Das war hier eine Gutsgemeinschaft, eine eingeschworene Gemeinschaft. Da war der Gutsherr als Nummer eins, aber es war die gesamte Gutswirtschaft. Die Menschen, die hier dann auch im Dorf und in den Dörfern lebten, die waren abhängig vom Gutsherrn, aber der Gutsherr war auf der anderen Seite auch abhängig von den anderen, von den Mitarbeitern. Das war eine deutliche Wechselwirkung. Helmut Freyer von Mahlzahn und seine Frau gehören zu einer von sieben mahlsahnschen Familien, die nach 1989 wieder nach Mecklenburg gekommen sind. In Ulrichs Hosen haben sich diese Mahlzahns niedergelassen. Das ist ja fast so hinkommen, wie wir sie letztens hatten, dass sie drei in einer Reihe vor der Eiche stehen. Das wäre praktisch so. Aber wenn hier die Burg ist, so hatten wir sie letztens stehen gehabt. Zwei hier und drei so. Wäre optimal. Dann hätten wir den Blick nach drüben und hätten so ein bisschen Regenreserve. Nur eine Landwirtschaft zu betreiben würde nicht reichen und wäre nicht zeitgemäß. Das war den Mahlzahns von Beginnern klar. 50.000 Hektar Land wurden der Familie nach dem Krieg enteignet. Wenn ich was hier mache, oder wenn meine Frau und ich hier was machen, dann muss es auch nicht nur erstens ein Mahlzahnischer Touch sein, also eine Mahlzahnverbindung zu einer Familie sein, sondern es muss auch kulturhistorisch sehr wertvoll sein. Und es muss auch so gestaltet sein, dass es wieder aufbaubar ist. Auch wenn es zerstört war, hat es eine sehr große Chance, wieder aufgebaut zu werden, weil das Umfeld war nicht zerstört. Hier gab es keinen Plattenbau direkt daneben. Hier waren nicht irgendwelche wilden, sonstigen Gebäude drumherum. Es war Wüst und leer. Das war eigentlich eine Riesenchance. Denn da musste man erst mal sauber machen. Und man stellte fest, wie bei einem Diamanten, der mit Moos bewachsen ist, oh, der kann glänzen. Das Schloss wurde Anfang des 16. Jahrhunderts für Ulrich von Mahlzahn erbaut und war mehrere Jahrhunderte lang Residenz der Mahlzahns. Von seiner alten Pracht war nichts mehr übrig, als der Baron es 1993 kaufte. Ein Brand hatte zu DDR-Zeiten alles zerstört. Nur die Außenmauern standen noch. Ein Hotel, was Touristen aus den großen Städten in diese einmalige Landschaft zieht, wollten die Mahlzahns schaffen. Kaum hatte der Baron aus der Ruine wieder ein Schloss gemacht, kamen die ersten Gäste zu einem festlichen Konzert. Der weltberühmte Geiger Lord Jehudi Menuin spielte. Das war der Anfang. Seit 15 Jahren gibt es seitdem regelmäßig Konzerte. Sie locken Menschen auf das Land, die hier ein paar Tage verbringen, regionale Küche genießen und nicht zuletzt Produkte aus der Landwirtschaft der Mahlzahns und anderer Betriebe der Nachbarschaft kaufen. Das Schlosshotel ist ein Magnet, der weit über Mecklenburg hinaus strahlt. Klein Ulrichs Husen, das kleine gallische Dorf Mecklenburgs mit 34 Seelen, war plötzlich 19 Uhr Nachrichten vor Michael Jackson im Fernsehen. Ich meine, was wollen sie eigentlich mehr als Staat? Vielleicht am Anfang haben die alle gesagt, der hat einen Knall. Aber die haben immer mehr gemerkt, der Knall scheint aber sehr realistisch zu sein, indem er was er tut. Landtourismus und Kultur. Besucher können sich im Schloss jederzeit umschauen, erfahren von der Geschichte des Hauses, des Mahlzahnschen Rittergeschlechts und der regionalen Landwirtschaft. Alla von Mahlzahn ist für den touristischen Bereich, für die Vermietung und die Veranstaltung verantwortlich. Während sie drin die Details arrangiert, kümmern sich draußen 42 Angestellte um die Vorbereitungen für ein Fest am Abend. Als die Mahlzahns vor 15 Jahren hier anfingen, herrschten im Dorf 80 Prozent Arbeitslosigkeit und finstere Zukunftsaussichten. Heute ist ein Großteil der Dorfbevölkerung beim Baron angestellt. Und die Mahlzahns sind froh, hier Menschen gefunden zu haben, denn nach wie vor wandern viele, vor allem junge Leute aus diesem Landstrich ab. Wir versuchen so viel wie möglich hier mit den Leuten hier vor Ort zu machen und nicht irgendwelche Unternehmen, weitere Unternehmen zu beschäftigen. Ganz einfach deshalb, weil es auch zu teuer ist. Wir müssen sehen, dass wir so über die Runden kommen und für die Mitarbeiter so viel Arbeit schaffen, dass das ganze Jahr rund ist und nicht dann im Winter in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Das haben wir noch nie gemacht und das ist auch nicht unser Ziel. Im Gegenteil, wir wollen komplett für das ganze Jahr hindurch beschäftigen. Und das machen wir auch für 42 Mitarbeiter. Mit Abwanderung hat Mecklenburg schon seit Abschaffung der Leibeigenschaft zu kämpfen. Die Agrarkrisen des 19. Jahrhunderts, später zwei Weltkriege, dann die Industrialisierung. Immer weniger Menschen fanden auf dem Land und in der Landwirtschaft Arbeit. Eine Wildnis entstand, die jetzt eine Chance ist. Die Landschaft ist Heimat und eine Landschaft, eine Kulturlandschaft, aus der die Menschen fliehen, weil sie eben keine Lerche mehr singen hören, keine Blume mehr sehen können, nur noch drei Meter hohen Gen-Mais, durch den sie dann fahren. Das kann nicht das Zukunftsbild für Rügen, für Pommern, für Mecklenburg sein. Diese Landschaften sind wichtige Regenerations-, Renaturierungsräume, wo Menschen sich wohlfühlen wollen, wo die Städte eben auftanken. Und das geht eben nur in einer gesunden Agrarlandschaft mit Menschen, die dort auch sich als Teil fühlen, sich wohlfühlen. Das Ostufer der Müritz, der größte deutsche Binnensee. Ganze Dörfer sind hier verschwunden, sogar noch zu DDR-Zeiten. Mit immer weniger Fläche konnten immer mehr Menschen versorgt werden. Bäume haben das Ufer erobert, kaum waren die Menschen fort. Seitdem wird hier nur noch selten in die Natur eingegriffen. Die einstigen Felder sind ein dicht bewaldeter Nationalpark, der Touristen anzieht. Der Schäfer Albrecht von Kessel kam vor 15 Jahren aus der Großstadt Hannover hierher. Er betreibt mit seinen Schafen Landschaftspflege. Heute will er zum ersten Mal mit den Tieren quer durch den Nationalpark zu einer entfernten Wiese. Diese Tour müssen die Schafe erst noch üben. Wenn alles klappt, will er später Touristen anbieten, diese Weidetour mit ihm und seinen Tieren zu gehen. Die Kombination von Tourismus und Landwirtschaft ist für die Menschen hier das Zukunftsmodell, an das sie glauben und auf das sie setzen. Diese Nutzung ist der Landschaft angemessen. Die Schönheit der Natur macht Tourismus möglich und wiegt damit das auf, was die sandigen Böden an geringerem Ertrag bedeuten. Noch wollen die Schafe nicht zurecht in die ungewohnte Umgebung. Der Hund und etwas Futter helfen. Das klappt wie ein Schnürchen, wie alles was Neues. Vielleicht kannst du die olle Stange mitnehmen, die brauche ich eigentlich nicht. Versuch das mal. Allein von der Wolle und dem Fleisch der Schafe könnte Albrecht von Kessel schon heute nicht mehr leben. Weil die Schafsbestände zurückgegangen sind und die Tiere wichtig sind, um die Landschaft offen und für die Menschen nutzbar zu halten, hat das Landwirtschaftsministerium ein Programm aufgelegt, welches die Landschaftspflege mit Schafen subventioniert. Gut für den Schäfer und die Natur. So Kollegen, jetzt geht's auf die frischeste Wiese, die wir noch haben. Kommt her Kollegen hier, jetzt klappt das ja. Heute hat ihn das Nationalparkamt gebeten, diese Wiese mit seinen Tieren kurz zu halten. Das rauwollige, pommersche Landschaf ist eine alte Rasse, die es nur noch selten gibt. Mit kargen Böden und einem Leben in der Landschaft kommen die Tiere besonders gut zurecht. Das war eine extrem arme Gegend, das ist es auch heute noch. Und wenn ich meine Schafe mit Schäfern oder Schafen von Schäfern vergleiche, die auf anderen Bodenverhältnissen in Mecklenburg gehalten werden, dann falle ich immer hinten runter. Meine Tiere sind immer einige Kilo leichter. Es gibt hier eben nur diese Sanderflächen und auf dem Sand sind teilweise Moorböden aufgewachsen nach der Eiszeit. Dies hier ist eine relativ fette Niedermoorwiese. Und direkt in Zartwitzer Hütte haben wir hauptsächlich Sandböden. Und diese Gebiete sind so arm, dass die in früheren Zeiten immer wieder aufgegeben wurden. Also der Humus, die Humusschicht war praktisch vollkommen verbraucht. Der Sand ist dann geweht. Und durch Grabungen, die das Nationalparkamt veranlasst hat, ist hier auch rausgekommen, dass man in größeren Tiefen, in ein, zwei Meter Tiefe immer wieder so dünne Humusschichten findet. Alte Besiedlungsspuren, also das Gebiet ist immer wieder in Beschlag genommen worden, landwirtschaftlich genutzt worden und dann nach einigen Jahren wieder aufgegeben worden. Noch vor 100 Jahren herrschte hier reges Bauernleben. Neun Bauernhöfe gaben 55 Menschen Arbeit. Die letzten haben vor 40 Jahren die Betriebe aufgegeben und ihre Heimat verlassen. Heute sind es die wenigen Schafe, die dafür sorgen, dass die Vielfalt der Landschaft erhalten bleibt. Ohne sie würden offene Flächen schnell zuwachsen. Ein dichter Urwald würde das Land überziehen. So, Kollegen und Kollegen, komm her, jetzt geht's nach Hause. Den Heimweg kennen die Tiere. Auf dem Hof betreibt Albrecht von Kessel mit seiner Frau Ferienwohnungen, ein Café und einen Laden. Hier verkaufen sie die Produkte der Schafe. Fleisch und Wolle. Ja, die ist aus Wolle, das ist Wollwalk, der ist aber nicht von unseren Tieren. Ja, hier habe ich zum Beispiel eins der Filzviecher von Efi Kaiser aus Kratzenburg. Die haben alle einen Kern aus Wolle von unseren Tieren. Weil dafür kann man nämlich diese Landschaftwolle unheimlich gut verwenden. Da kann man nämlich diese etwas gröbere Wolle der Landschaften gut verarbeiten. Landwirtschaft, Naturschutz, Landschaftspflege und Tourismus gehen heute im Müritz-Nationalpark schon an vielen Stellen eine erfolgreiche Verbindung ein. Nicht der möglichst hohe landwirtschaftliche Ertrag ist hier der Maßstab für den Erfolg, sondern der Einklang von Landschaft, natürlicher Vielfalt, Tourismus und Bewirtschaftung. So sind die Entwicklungspläne ausgelegt und Förderprogramme gestaltet. Der elfjährige Sohn Georg interessiert sich jetzt schon für die Arbeit auf dem Hof. Vielleicht wird er, so hofft der Vater, hier einmal weitermachen. Dass die Kombination aus verschiedenen sanften und die Landschaft pflegenden Nutzungsformen eine Zukunft hat, daran glauben alle, die hier in der sensiblen Natur des Nationalparks leben und wirtschaften. Im sieben Kilometer entfernten Nachbarort betreut der Schäfer eine weitere Herde. Auch hier geht es vor allem darum, die Flächen rund um das Dorf freizuhalten. Das schützt im Falle der Fälle vor Waldbränden und hilft das wechselvolle Gesicht der Heimat zu bewahren. Den Umgang mit Schafen hat er nie gelernt. Er hat einfach angefangen. Eigentlich ist er Architekt. In diesem Beruf arbeitet er auch ab und an als Zubrot zur Schafszucht. Irgendwann, so hofft er, wird sein Betrieb groß genug sein, um sich mit seiner besonderen Weise des Wirtschaftens alleine zu tragen. So wie das jetzt läuft, ist das schon okay. Wir haben ungefähr 30 Hektar, die wir bewirtschaften und pflegen. Davon sind ungefähr 20 Hektar durch die Tiere gepflegt. Also wie zum Beispiel hier hinten das Gelände. Wenn wir das nicht in Pflege genommen hätten vor circa fünf Jahren, wäre das schon vollkommen verbuscht. Und das ist ja hier direkte Ortslage, Ortsrandlage. Und diese Lagen sollen natürlich möglichst freigehalten werden, dass die Dörfer nicht so im Wald versinken irgendwann. Alte Rassen und die behutsame Bewirtschaftung haben hier im Müritz-Nationalpark dafür gesorgt, dass Landwirtschaft und Naturschutz nicht Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille sind. Die sandigen Böden Mecklenburgs machen das ökologische System besonders sensibel. Der Wechsel von Feldern, Wäldern und Seen ist wichtig für den Artenreichtum und um genug Wasser in der Landschaft zu halten. Mehr als tausend große und kleine Seen hat die Mecklenburger Seenplatte. Sie prägt damit das Klima und den Wasserhaushalt des Nordostens Deutschlands und bis nach Westpolen. Hier geht es um Landnutzung, um Landschaften, um Räume. Und in diesen Räumen, das sind Ökosysteme, hier ist Leben. Hier haben viele Funktionen stattzufinden. Hier hat sich Grundwasser zu bilden, was ich trinken will und muss, was gut ist. Hier hat sich Humus zum Meeren, was eben gesunde, wohlschmeckende Früchte erzeugt. Diese Landschaft hat eine Biodiversität zu haben. Also die Feldlerche gehört dazu, der Hase, früher auch das Rappuhn. Und in dieser Landschaft kann nicht Krieg gegen die Natur betrieben werden. Und Landschaft ist nicht vermehrbar. Und ich kann eben eine Landschaft, eine Kulturlandschaft nicht wie eine Fabrikhalle zu Schrott erklären und dann die nächste nehmen. Mecklenburg hat gelitten. Die Industrialisierung der Landwirtschaft kennt keine Vielfalt. Mecklenburg war die Kornkammer Ostdeutschlands. Nach dem Krieg wurden die Mahlzahns und alle anderen Großgrundbesitzer enteignet. Staatsgeführte Großbetriebe entstanden. Riesige Felder ohne Bäume und Sträucher dienten Monokulturen mit Rekorderträgen. Der Preis? Viele Arten verschwanden. Der Boden verarmt als Haltemasse für Gras und Dünger. Nach dem Ende der DDR gab es die Chance auf einen Neuanfang. An kaum einem anderen Ort ist die Entscheidung für eine Art des Wirtschaftens so stark auch eine unternehmerische wie hier in Mecklenburg. Und dann gab es eben ein Teil der Altbesitzer, alte Adelier, Großgrundbesitzer, die das wieder als Heimat sahen und alles aufgaben. Eben ein Baselwitz oder ach, da gibt es sehr viele, die dann hierher kamen und dann aber, weil es ja ihre Scholle ist, ihr Eigentum mit der Geschichte, dann in großen Teilen einen ökologischen Weg gingen. Und sich als Manager für die Gesamtentwicklung des Dorfes fühlten. Schulen aufbauten, einen Tourismus aufbauten, neue Produkte einführten, dann eben auch Kulturkreise aufbauten. Und das sind für mich die Hoffnungsträger. Es gibt auch ganz wenige aus der DDR-Nomenklatur, die diesen Weg gegangen sind, aber das sind Ausnahmen. Die Landschaft selbst erzählt, wie das Land bewirtschaftet wird. Das Schloss in Ulrichshusen ist umgeben von Feldern, die heute zum großen Teil ökologisch bewirtschaftet werden. Der fünf Hektar große Gutspark muss das ganze Jahr gepflegt werden. Ihn wieder so herzurichten, wie er einst im 18. Jahrhundert gestaltet war, konnte nur durch ein deutschlandweit einmaliges Zusammenspiel von Denkmalpflege und Umweltschutz gelingen. Das Schloss ist ein Hotel mit 19 Zimmern und das ganze Jahr geöffnet. Der Kern des Gebäudes ist komplett neu aufgebaut. Eine Mischung aus alten und modernen Baumaterialien und Möbeln soll das frühere Flair des mahlzahnschen Luxus erhalten. Das war den Bauherren wichtig. Urlaub machen wie ein Fürst und dabei nachempfinden. Wie haben die damals gelebt? Mit ein bisschen Fantasie und Illusionsmalerei. Noch vor 20 Jahren unvorstellbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt nach 89, wie man hierher kam, dass einige so ein bisschen, auch die Landarbeiter, also die LPG-Mitarbeiter, nicht so ganz genau wussten, was sie mit der Freiheit sollten. Denn sie waren eigentlich in der LPG, waren sie in einer Ordnung drin. Und jetzt ohne Ordnung und ohne genau gesagt, was getan werden muss, da können manche erstmal schlecht mit umgehen. Und ich könnte mir das so und noch viel stärker vielleicht vorstellen, vor und nach der Leibeigenschaft. Also mir kamen zumindest solche Gedanken, wie ich dann hier zum ersten Mal, in den ersten Jahren der Wiedervereinigung. Das Besondere einer Region zu betonen, ist eine Antwort auf den globalen Wettbewerb um Feriengäste und Verbraucher. Eine typisch mecklenburgische Tradition, das Flusskrebse-Essen. Früher, als es hier noch Krebsteiche gab, war diese Speise typisch für die Gegend. Inzwischen ist es etwas Besonderes und wird nur ein paar Mal im Jahr gekocht. In ein paar Jahren, so hofft der Baron, muss er die Krebse vielleicht schon nicht mehr in Hamburg kaufen. Die Pläne, der Landschaft auch die vertrockneten Teiche zurückzugeben, liegen schon in seiner Schublade. Na, meine Süßen, wollen wir das mal probieren? Ja? Willst du nicht? Probieren. So, und jetzt reißen wir hier ab. Guck mal her. Nee. Guck mal her. Oh nein! Das mach ich erst mal vor. Super. Alles, was die Mahlzahns machen, soll in die Gegend passen. Das ist ihnen wichtig. Für viele Landwirte und kleine Betriebe in der unmittelbaren Nachbarschaft sind sie schon heute der wichtigste Kunde. Ein paar Kilometer weiter östlich in Altschlöhn. Heinz-Helmut Kossin ist Ökobauer und wirtschaftet ungefähr so wie die alten Mahlzahns. Bei ihm ist alles naturbelassen. Keine Chemie, kein Kunstdünger, keine Mastbeschleuniger. Sein Hof besitzt das Biopark-Siegel, das heißt streng kontrollierter Ökostandard. Angefangen haben vor 20 Jahren 16 Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern. Heute sind es 700 in ganz Deutschland. 142.000 Hektar bewirtschaften die Biopark-Mitglieder deutschlandweit. Helmut Kossin kümmert sich um 26 Hektar Ackerfläche. 12 bis 14 Stunden täglich arbeitet er auf dem Feld, versorgt 200 Ökoschweine oder hilft im Landhotel der Familie. Das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja gut. Keiner. Als Kind habe ich das schon machen müssen, mit 12 und noch jünger. Und dann waren 25 Jahre dazwischen, wo ich da nichts mit zu tun hatte. Und mit der Wende ist das wieder gekommen. Und dann haben wir klein angefangen und dann hat sich das so entwickelt. Und man erlernt alles, das ist keine Frage. Man muss Tierarzt sein, man muss Geburtshelfer sein. Ich kaufe keine Ferkel zu, ich verkaufe auch keine Ferkel. Mit Ausnahme, wenn mal irgendwelche Dorfbewohner hier kommen, die selbst viele ein, zwei Schweine, dann lasse ich mich mal breitschlagen und verkaufe Ferkel. Weil das sind ja Öko-Ferkel und den Preis kann im Grunde keiner bezahlen, wenn ich für Hausschlachtung irgendwie ein Schwein halten will. Jetzt kommt's. Jetzt kann man natürlich eins machen, man kann. Man kann manchmal. Die Mitglieder brauchen auch die Nabestu. Aber Nabestu lass ich immer grundsätzlich selbst abreißen. Ich zottel die so lange da rum. Denn ich krieg fürs Kilo Schweinefleisch 2,70 Euro, wenn es gut geht. Und im Laden kostet es 12 und 14 Euro. Also wenn wir das hier oben hoch dann ruhig zu kommen, zu den Preisen verkaufen, haben wir immer noch mehr Gewinn, als wenn ich es jetzt habe. Mecklenburg ist eine der ärmsten Regionen Deutschlands. Es gibt kaum Menschen, die im Laden höhere Preise für Biofleisch zahlen können. Der Direktverkauf ist für Helmut Cousin deshalb eine wichtige Einnahmequelle. Eine konventionelle, billigere Haltung kommt für den Landwirt nicht in Frage. Dafür ist er viel zu tierlieb. Ich weiß, dass er aus der Kindheit eine Donne-Sau gefälkelt hat. Sonst sind meine Eltern und mein Großvater nicht von weggegangen. Die waren so lange bei, bis das Fälkel zu Ende war. Und dann wurden sie an die Sau gesetzt und dann in eine große Holzkippe. Überm Winter, wenn es kalt war, dann wurden sie in die Küche geholt, wo es warm war. Und weil jede Fälke war, hat ein gewissen Wert. Seine Großeltern Marie und August gründen 1936 die Hofstelle, beginnen mit zwei Schweinen und knapp 30 Hektar Land. So können sie sich, die Kinder, einen Knecht und eine Magd ernähren. Nachdem ihre beiden Söhne im Zweiten Weltkrieg gefallen waren, übernimmt Heinz Helmuts Mutter die Hofstelle. Eine warmherzige und resolute Frau, die hier bald ihre eigene Familie gründet. Heute betreiben die Cousins, neben Landwirtschaft und Viehzucht, auch ein Hotel und eine Gaststätte. Um die kümmert sich Ehefrau Sabine. Nach ihr ist hier alles benannt. Sabines Bio-Bauernhof. Ein Familienbetrieb mit Arbeit von früh bis spät. Ab und an bekommt die Familie Unterstützung von Schülern. Samuel und Florian kommen aus einer mitteldeutschen Großstadt und arbeiten für zwei Wochen auf dem Hof mit, als Schülerpraktikanten. Ihre Hilfe können die Cousins gut gebrauchen. Sohn Alexander will den Hof auf jeden Fall übernehmen und Urlaub auf dem Bauernhof anbieten. Mit Ferienwohnungen, ein paar Doppelzimmern und einem Campingplatz in ländlicher Idylle kann sich die Familie ganz gut ernähren. Selbst Urlaub machen kommt allerdings nicht in Frage. Dafür ist keine Zeit. Im Kino war Heinz Helmut Cousin das letzte Mal vor 30 Jahren. Aber das stört ihn nicht. Und langfristig, da ist er sicher, macht hier nur seine Art des Wirtschaftens Sinn. Dieses Land wird eine Zukunft haben, wenn es Qualität erzeugt. In diesem Mitteleuropa, in unserem alten Kulturkreis, haben nur Qualitätsprodukte eine Zukunft. Eben ein Mercedes, ein VW. Die Massenprodukte, die Billionprodukte werden andere herstellen. Qualität in der Landwirtschaft heißt Wirtschaften mit einfachen Mitteln. Auf einem kleinen Kartoffelacker wird noch angebaut wie vor 50 Jahren. Hier sollen vor allem Enkel- und Urlauberkinder miterleben, wie Landwirtschaft einst funktionierte. Schwiegertochter Dana arbeitet seit zwei Jahren auf dem Hof mit. Eigentlich ist sie Zahnarzthelferin, kommt aus der Großstadt. Inzwischen ist sie sicher, dass sie hierbleiben und wirtschaften will. Ich bin damals hier hingekommen. Ich komme auf den Bauernhof und irgendwo ist das mein Leben. Es macht Spaß im Winter Schweine ausmisten. Klar, andere mögen das überhaupt nicht, aber mir macht es Spaß. Also, und es ist abwechslungsreich. Also, es ist nicht jeden Tag dieselbe Arbeit, sondern es sind mal Kartoffeln, mal im Stall, mal Schweine schlachten. Weil ich es einfach eine sinnvolle und gute Sache finde, Tiere so zu halten. Und auch das Futter für die Tiere ökologisch anzubauen. Und auch für uns, die Kartoffeln, also auch für unsere Kinder eigentlich, weil wir da auch ein bisschen Verantwortung haben, dass die Kinder hauptsächlich ökologische Sachen verzehren. Die Kartoffeln ernähren Familie und Tiere und sind für das Essen im Restaurant bestimmt. Die Ernte reicht geradeaus, den Bedarf des Hofes zu decken. Die Ferkelzucht ist der aufwendigste Teil und die Spezialität des Hofes. Sechs bis acht Wochen bleiben die Ferkel bei der Sau. Dann werden sie mit Getreide, Schrot und Silage aus eigenem Anbau gefüttert, bis sie knapp 300 Kilo auf die Waage bringen. In Zukunft sollen pro Woche zwei Schweine geschlachtet, auf dem Hof verarbeitet und direkt vermarktet werden. So will er sich als zuverlässiger und kontinuierlicher Anbieter von Bioprodukten einen Namen machen. Heinz-Helmut Cousin baut nebenbei noch einen Archehof auf. Dafür muss er mindestens fünf existenzbedrohte Landtierrassen von der Roten Liste züchten. Weil ein Zuchtbulle auf dem Hof zu gefährlich wäre, muss regelmäßig die Besamerin kommen. Und auch das seltene ungarische Wollschwein gehört zu den bedrohten Arten. Vier verschiedene bedrohte Rassen hat er schon zusammen. Eine fehlt ihm noch. Doch dann, so hofft der Landwirt, wird sein Hof als offizieller Archehof für Urlauber noch interessanter. Die Landschaft wird also immer wertvoller. Aber das nur, wenn sie ihre Funktionstüchtigkeit erhalten hält, eben Grundwasser bildet, eben durch Feuchtgebiete verdunstet und damit Kühlung bringt. Es wird immer heißer, indem eben in dieser Landschaft Biodiversität, Schöpfung erhalten wird und nicht erhalten wird. Das sind alles Funktionen der Landschaft. Und das Problem ist, dass diese immer knapper werdenden Güter, also Grundwasserbildung, CO2-Bindung, Humusmehrung, bisher noch keinen Preis haben in unserer neoliberalen Ökonomie. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen immer knapper werdenden Umweltgütern, die für den Fortbestand der menschlichen Zivilisation unabdingbar sind, einen Preis zu geben und dem Landwirt, der Humus mehrt und damit CO2-Senke mehrt, also Kohlenstoff aus der Luft im Boden bindet, wenn wir da nicht diesen Fördernden, die für die Zukunft Wichtigen vergüten, honorieren, dann geht es schief. Immer dann, wenn Landwirtschaft in Mecklenburg nicht von der regionalen Spezialität lebt, steht sie im globalen Wettbewerb. Hochsaison in der Zuckerfabrik Anklamm. 11.000 Tonnen Rüben am Tag. Die Fabrik ist die letzte in Mecklenburg-Vorpommern, gehört einem holländischen Unternehmen und liefert Zucker und Kraftstoff weit über Mecklenburg hinaus. Für die Kunden dieser Fabrik zählt nur der Preis. Eine möglichst hohe Ausbeute und weitgehende Automatisierung machen sie konkurrenzfähig. Drei Monate im Jahr ist in Mecklenburg-Zuckersaison. Ingo Kuchenbrand arbeitet schon 40 Jahre in dem Betrieb. Der Geschäftsführer lernte Landmaschinen-Schlosser, studierte danach Landtechnik und Ökonomie. Vor 30 Jahren war das, man kann sagen, Dreckloch. Die Leute arbeiteten sehr schwer teilweise, viel mehr als heute. Das ist eben völlig anders geworden. Früher hätten wir hier auch nicht sitzen können vor diesem Rübenberg, sondern hätten Gummistiefel angehabt und wären in einer 10 cm hohen Schlammschicht gewartet. Heute können wir Halbschuhe anziehen und das ist eben nicht mehr so. 1893 wird die Zuckerfabrik gegründet, produziert bald darauf auf dem technisch höchsten Stand der damaligen Zeit. Durch den Bau haben viele Menschen aus der Region zumindest für einige Zeit eine Perspektive. Auf den Höfen der Umgebung stellen immer mehr Bauern auf den Rübenanbau um. Der Zucker aus Mecklenburg ist viel preiswerter als der aufwendig importierte Rohrzucker. Auf dem Land leben etliche Rübenbauern gut von dem Geschäft mit dem Zucker. Heute hat die Fabrik Arbeit für 120 Angestellte. In einer Region mit bis zu 28 Prozent Arbeitslosigkeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es ist die letzte Zuckerfabrik in Mecklenburg-Vorpommern. Der Preisdruck sorgt dafür, dass Rüben immer weiter gefahren, Zuckerfabriken weniger und größer werden. Hier in Anklam geht man seit ein paar Jahren neue Wege, um den Betrieb zu erhalten. Nur mit Zucker würde das nicht mehr gelingen. Ein immer größerer Anteil der Produktion geht in andere Produkte. Treibstoff und Futter zum Beispiel. Ja, frischer Zucker aus diesem Jahr. Von jetzt? Von jetzt. Von jetzt. Fischer geht nicht. Na, Remi, die Kristalle, na gut, die sind gut. Na ja. Die ist gut. Na ja. Schön blank. Ja, ja. Süß ist er auch. So soll er sein. So soll er sein. So, den bringen wir in ein Labor. Und mal sehen, was das funktioniert. Durch neue Technik kann immer mehr produziert werden. Doch die Zuckerproduktion ist quotiert. Produziert eine Fabrik mehr, muss eine andere im Land ihre Produktion einschränken. Von 2006 bis 2009 haben deshalb europaweit 120 Zuckerfabriken schließen müssen. Was uns jetzt Schwierigkeiten macht, sind bestimmte Repressionen, die seitens des Staates, also Deutschland und auch der EU erfolgen. Wir sind also begrenzt auf eine Produktionsmenge im Jahr noch. Es wird wahrscheinlich 2014, 2015 auslaufen und wir mussten in den letzten Jahren sehr stark reagieren. Wir haben ein Ethanolwerk gebaut, neben der Zuckerfabrik, auf Basis Zuckersaft und stellen diesen Alkohol zur Beimischung zur Verfügung an die Raffinerien. Das sichert nicht nur die Arbeitsplätze hier in der Fabrik, sondern ist auch Existenzgrundlage für über 400 Rübenbauern in der Umgebung. Pro Jahr werden 56 Millionen Liter Bioethanol aus Anklamm in Raffinerien dem Treibstoff beigemischt. 5 Prozent muss der Anteil an deutschem Benzin betragen. Modernste Technik, Umweltbewusstsein und nachwachsende Rohstoffe sind zukunftsweisend in Mecklenburg. Überall müssen Landwirte umdenken, um am Markt bestehen zu können. In Ulrichs Hosen haben die Nachfahren der Mahlzahns, die hier einst die Leibeigenschaft abschafften und so die Moderne in der Landwirtschaft einläuteten, mit ihrem Schlosshotel ein Beispiel gesetzt, wie eine moderne Entwicklung im ländlichen Raum aussehen kann. Dieses gesamte Areal, ungefähr so knapp 60 Hektar, das sind hier tiefliegende Wiesen und die zu meiner Landwirtschaft gehören. Dort hinten ist eine frühere Siedlung gewesen, Sargel. Die sind aber dann Mitte des 19. Jahrhunderts, die Leute sind nach der Abschaffung der Leibeigenschaft, sind die wesentlich dann nach Amerika ausgewandert. Und hier auf diesen Flächen, die etwas sehr tief liegen, waren hier Teiche früher auch. Die sind aber alle verlandet und jetzt sind das saure Wiesen. Und zusammen mit dem staatlichen Umweltamt haben wir dann uns überlegt, wie wir das hier attraktiver gestalten können. Das kann eigentlich nur, nicht für meine Generation, vielleicht die nächsten Generationen. Und man muss immer weiter denken, wenn man nicht nur Landwirt, sondern auch Forstwirt ist. Dann denkt man in Generationen und dann kann das vielleicht eine bessere Zukunft sein. Helmut Freiherr von Malzahn ist sehr traditionsbewusst, möchte die Geschichte seiner malzahnschen Familie nicht in Vergessenheit geraten lassen. Seinen Schmied hat er beauftragt, ein ordentliches Tor für die Familiengruft unter der Penzlinerkirche anzufertigen. Und die Hässchen hast du auch schon fertig, oder? Die sind alle dran. Ja, wunderbar. Die brauchen wir da rein. Genau. Das Schloss funktioniert auch. Funktioniert alle. Ja, super. Ja, das war ja ein gutes Schloss. Ja, das war du. Hast du ein gutes Schloss, ein zweites Schloss gemacht. Ja, gut. Für den Pastor. Wunderbar. Erstmal, Hermann ist der beste Schmied des Landes. Und das ist natürlich ein besonderer Beitrag in Penzlin, in der Gruft und so, die jetzt fertig gemacht wird, auch mit Unterstützung unserer Familie und alles wieder aufgeräumt wird. Da dachte ich, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir auch einen Beitrag, wir hier aus Uriessusen, auch einen Beitrag leisten. Und dass wir auch in jedem Fall das Tor machen, das Tor mit dem Wappen und so. Und wir können nächste Woche das einbauen. Wie hast du hier extra, den hast du eben gemacht? Er hat ja sämtliche Werkzeuge sich selbst gemacht. Da ist ja nicht so, dass das alles hier von der Stange kommt. Das sind alles selbst Geschmiedete. Achso, und ob du für Tresso diese Kerstütze noch... Neben den 42 Angestellten im Hotel profitieren, so wie der Schmied, viele Handwerker der Umgebung vom Betrieb des Barons. So bleibt hier, trotz dünner Besiedlung und landwirtschaftlicher Prägung, eine Infrastruktur erhalten, die es anders kaum gäbe und die den Lebensstandard insgesamt verbessert. Das ist eine Chance, die kriegt man einmal in 200 Jahren mit anzupacken und zuzupacken. Und wer hätte gedacht, vor 89, dass so eine Wende kommt und diese Möglichkeiten hier dann des Mitanpackens wieder gegeben sind? Keiner. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was sind 40 Jahre in einer Geschichte von 800 oder 1000 Jahren Mecklenburg, oder 800 Jahre unserer eigenen Geschichte, dann ist das tendenziell ein Fliegenschiss. Der Erfolg gibt dem Baron recht. Schon bald will er sein Hotel ausbauen, sollen weitere Zimmer in anderen Gebäuden auf dem Gelände entstehen. Die Geduld, die Helmut von Malzahn als Forstwirt und bei seiner Landwirtschaft hat, kommt ihm als Hotelier völlig abhanden. Was? Das kann doch gar nicht wahr sein, sowas hier. 83 Stücke haben. Völlig unmöglich. Oh Mann. Das kann ich immer noch machen, wenn es sein wird. Und wann ist hier die Rüstung hier? Ende der Woche ist das fertig. Ende der Woche? Ja, nächste Woche. Ende nächster Woche? In ein paar Jahren, so hofft er, werden seine Töchter den Betrieb übernehmen. Bis dahin will er aber noch einige Spuren hinterlassen. Eine Open-Air-Bühne soll entstehen und sein Teichprojekt soll erste Ergebnisse haben und die Gegend noch attraktiver für Touristen machen. Das ist sein Verständnis von Nachhaltigkeit auf dem Lande. Was wir heute brauchen, sind Modelle, in denen Landnutzung, Tourismus und Naturschutz eine Einheit bilden. Eben eine Landwirtschaftung, die darauf achtet, dass die Feldleiche, der Hase, die Mohnblume ihren Platz haben und damit ein Städter in diese ländlichen Räume gerne geht. In Ulrichshusen steht heute das Abschlusskonzert der Sommersaison auf dem Programm. Das kleine Dorf ist mit Musik berühmt und mittlerweile das Herzstück der Festspiele Mecklenburg-Vorpommerns geworden. Nach wie vor kommen Besucher nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung, sondern aus ganz Deutschland hierher. 1000 Zuschauer passen in die Konzertscheune gleich gegenüber des Schlosses. Alle erwarten die 9. Sinfonie von Anton Bruckner und das Berliner Konzerthausorchester. Die meisten werden länger bleiben als nur für diesen Abend oder wiederkommen. Dieому Götele Mecklenburg-Vorpommerns nun bei dem Programm sagt man auf dem Programm. Dann frequenciescarbon und nur auf dem Programm. DieseGuere食べ ich mich jetzt nicht nur aus. Danntak. Wie ist das? Dann Crime-Vorpommerns. Wir haben m��ene Und Hispala. So übernehmen die Menschen hier in Mecklenburg, mit ihrer Art Tourismus, Landwirtschaft und Kultur zu verbinden, Verantwortung für eine ganze Region. So können sie die Traditionen bewahren und modern ihre Heimat gestalten, wie einst ihre Vorfahren, und wieder Vorbild sein für andere ländliche Regionen, denen ein Strukturwandel bevorsteht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Südtirol, die nördlichste Provinz Italiens. Die Landschaft ist wild, aber sie ist keine Wildnis. Generationen von Bauern haben Südtirol zu dem gemacht, was es heute ist. Weil sie immer wieder neue Wege gingen. Weil sie bis heute den Mut haben, neue Wege zu gehen. Erst seit dem Ende des Ersten Weltkrieges gehört Südtirol zu Italien und nicht mehr zu Österreich. Deshalb sprechen hier die meisten noch immer Deutsch. Die Gegend steckt voller Gegensätze. Das Leben im Tal ist seit Jahrhunderten sehr viel anders als auf einem Bergbauernhof wie Stallwies. Ausschlafen gibt es auf Stallwies nicht. Edi und seine Frau Irma sind seit Sonnenaufgang auf den Beinen. Ich mache es meistens bei den Hühnern und bei den Hasen. Das ist mein Bereich. Wer hier Landwirtschaft betreibt, muss es mit einer Extraportion Bedacht tun. Dazu gehört auch, mitten im Juni den Salat abends ein- und morgens auszupacken. Sonst geht es halt kaputt, wenn Froschnacht ist. Vor einer Woche hatten wir noch ein Grad Plusnummer. Einmal morgens. Hier ist vielleicht null und das ist schon zu viel für Salat. Ihr Berghof Stallwies liegt im Nationalpark Stilfserjoch unterhalb der höchsten Gipfel Südtirols in 1950 Metern Höhe. Sie haben acht Monate Winter, sagen sie, und vier Monate ist es kalt. Fragt man Edi nach seiner Kindheit hier oben, heisst die Antwort meist Schnee. 1950 auf 1951 haben wir über elf Meter Schnee gehabt, Niederschlag. Da sind wir oft nur ein, zwei Tage die Woche Schule gegangen. Die andere Zeit haben wir ein bisschen viel Schnee schaufeln, dass wir wieder runterkommen sind. Edi hat sein ganzes Leben auf Stallwies verbracht. Mit Anfang 20 übernahm er den Hof von seinem Vater. Und damit die Verantwortung weiterzuführen, was seine Familie seit Generationen hier oben aufgebaut hat. Stallwies ist einer von etwa 1000 Erbhöfen in Südtirol. Seit mindestens 200 Jahren werden diese Höfe jeweils innerhalb einer Familie weitervererbt. Klingt romantisch, ist im Alltag aber harte Arbeit. Edi, heute 71, und seine beiden Söhne Oswald und Peter machen einen Hang befahrbar für die Heuernte im kommenden Jahr. Es ist halt einfacher auch die Knochenarbeit, weil alles steil ist. Die Steilheit reicht von einem flachen Stück von 20 Prozent Neigung einmal bis hin zu 70, über 70 Prozent teilweise nicht. Eine Knochenarbeit, für die sich auch seine Söhne entschieden haben, obwohl sie die Chance gehabt hätten im Tal zu arbeiten. Nach der Kochlehre habe ich in verschiedenen Hotels gearbeitet, zur Wintersaison gemacht. Da bin ich schon einige Monate weg gewesen. Aber es war nicht so eine angenehme Zeit, weil man wirklich mit dem Herzen wirklich auf Stallwies und auf dem Hof gewesen ist. Moderne Maschinen machen heute einiges leichter, vorausgesetzt, das Geld sie zu mieten ist da. Von der EU bekommen die Bergbauern eine Erschwerniszulage. Die Kosten und Mühe hier oben kann sie aber bei weitem nicht aufwiegen. Ja, kann man hier wohl durchgehen? Ja, ja. Seit dem Mittelalter siedeln Bauern an den Berghängen. Lange als reine Selbstversorge. Sie entschieden sich damit für ein Leben, das jahrhundertelang von der Entwicklung im Tal abgekoppelt war. Sie taten das, weil sie Freiheit wollten, die es im Tal nicht gab. Dort herrschten Grafen und Fürsten, als Lehnherren über das Land, das die Bauern beagerten. Wer seinem Lehnherrn nicht länger dienen wollte, dem blieb nur die Flucht in die Berge. Denn wo kein Graf war, da drohten Überschwemmungen. Auch der grösste Fluss Südtirols, die Edge, meanderte durch das Tal, überschwemmte die Flächen. Das gesamte Edge-Tal war versumpft und malariaverseucht. Landwirtschaft kaum möglich. Bis im 18. Jahrhundert die Edge begradigt und der Sumpf trockengelegt wurde. Dann endlich konnte die Bewirtschaftung beginnen. Entwässerungsgräben durchziehen seitdem das Edge-Tal, das sich inzwischen in den grössten Obstgarten Europas verwandelt hat. Heute baut jeder vierte Südtiroler Bauer Äpfel an. Hier die Jungen, die haben später gebläht, da sind ein paar Äpfel. Da schaut es relativ so, so wäre es schön. Da könnte man noch ein bisschen rauszupfen. Da gibt es einen schönen Äpfel ab. Der Laser Karl Lugin ist seit 30 Jahren im Apfelgeschäft. Sein Vater war wie die meisten noch Selbstversorger, baute Gemüse und Getreide an, bis die Apfelmanie auch ihr Dörfchen Lars im oberen Edge-Tal erreichte. Bekannt geworden ist der Ort eigentlich durch Marmor, der abenteuerlich ins Tal schwebt. Brocken für Brocken schleppen ihn die Laser seit Jahrhunderten aus den Bergen herunter. Als Wirtschaftsfaktor haben ihn die Apfelplantagen aber längst eingeholt. Eine Plantage reiht sich an die andere. Nirgendwo sonst in Europa werden so viele Äpfel angebaut. Von Selbstversorgern haben sich die Bauern zu Unternehmern entwickelt. Große Genossenschaften gegründet, die ganze Berge von Kisten mit Äpfeln in alle Himmelsrichtungen transportieren. Jeder zehnte Apfel, den wir in Europa essen, kommt aus Südtirol. Doch die Masse hat über die Jahre zu Eintönigkeit geführt, sagt Karl Lugin. Hoi! Golden Delicious ist die bestimmende Apfelsorte. Dagegen will er etwas tun. Ja, das ist wohl etwas Schönes, oder? Das ist etwas Sonderes einmal. Golden Delicious bauen alle an. Man muss etwas anderes machen. Die Leute sollen etwas anderes auch bekommen. Sauer, nicht sauer. Er ist zum Essen auch nicht besonders gut. Weil er, wenn man beeisst, er tut dann fast den Hals ein bisschen zu. Die Säure. Aber der Saft und das trockene Obst ist wunderbar. Seit zwei Jahren bringt er mit seiner sauren Apfelsorte Weihruge Farbe ins Glas. Den Saft verkauft er in seinem Hofladen. Anfangs mit viel gutem Zureben. Inzwischen kommt er mit der Produktion kaum noch hinterher. Doch die Umstellung des ganzen Hofes von gelb auf rot geht nicht von heute auf morgen. Deshalb ist auch sein Betrieb noch auf den Golden Delicious angewiesen. Das ist ein Thema, weil einfach der Golden Delicious für den Bauer unkompliziert ist und relativ viel Ertrag bringt und gebracht hat bis jetzt. Aber der europäische Markt macht deutsch gesagt im Golden nicht mehr. Also wird er noch mehr Weihruge anpflanzen. Im Bioanbau. Der fällt ihm leichter als vielen anderen Südtiroler Apfelbauern, weil er seine Äpfel selbst verarbeitet und nicht makelloses Tafelobst für den Handel produzieren muss. Gegen Schädlinge hat Karl Hühner und Unkraut. Es muss nicht so alles glatt unter dem Baum, das ist irrsinnig. Lass wachsen, was ein bisschen wächst, das ist ja kein Problem. Und die Nitzlinge und alle haben ein bisschen etwas zum Fressen und nachher der Boden lebt und wir leben auch gut. Das soll die Philosophie sein. Nur sechs Prozent der Flächen Südtirols liegen in den fruchtbaren Flusstälern. Drei Viertel der Gegend sind über 1000 Meter hoch. Wer sich den Bedingungen hier nicht anpasst, hat keine Chance. Das haben sie auch im Martelltal erlebt, einem besonders hochgelegenen Tal. Noch vor 50 Jahren gaben viele Bauern hier auf, suchten Arbeit in der Stadt. Bis die Marteller ihre Nische entdeckten. Erdbeeren. Der Höhepunkt des Jahres steht an. Das Marteller-Erdbeerfest mit dem grössten Erdbeerkuchen Südtirols. So feiern sie ihre Bergerdbeeren jedes Jahr. Denn ohne sie, sagen die Marteller, gäbe es ihr Dorf nicht mehr. Als Manfred Gamper Kind war, begann sich plötzlich alles, um die Früchte zu drehen. Sein Vater und ein paar Männer aus dem Dorf hatten vor etwa 50 Jahren den Mut, das grosse Experiment zu wagen. Da war ein Händler aus Latsch, eigentlich kein Geschäftsführer, der hatte ja überall Kontakte auf den Märkten. Und der hat gesehen, dass in den Monaten Juli, August keine Erdbeeren auf den Märkten sind. Da ist fertig. Süddeutschland hat keine mehr, Norditalien hat keine. Und der hat eigentlich gesagt, ihr müsst das probieren, die Waren zu verkaufen. Das Martelltal hat sich seitdem einen Namen gemacht, als höchstes Anbaugebiet für Erdbeeren in Europa. Die höchsten Plantagen liegen auf 1800 Meter Höhe. Wenn die Erdbeersaison im Flachland vorbei ist, geht sie hier erst los. Statt mit grosser Hitze müssen ihre Bergerdbeeren mit frischen Temperaturen klarkommen. Ein Vorteil, sagen die Bauern. Die Hitze, das ist nicht gut. Da werden sie schlapp, das ist wie der Mensch. Zu viel Hitze, das hält die Pflanze auch nicht aus. Und die Früchte bleiben klein. Und bei uns haben sie Zeit zum Wachsen und sind dann schön. Das ist eigentlich ein Standortvorteil. Aber natürlich haben wir auch viele Nachteile dadurch, dass wir kleine Flächen, wir haben noch relativ kleine, kleine Flächen zu verfügen. Aber die nutzen sie bis auf den letzten Quadratmeter, selbst neben der Kirche. Doch sie wollen noch mehr. Weg von holländischen Pflanzen hin zu ihrer eigenen Marteller-Erdbeersorte. Die Suche gemeinsam mit Wissenschaftlern der Versuchsanstalt Leimburg läuft seit zwei Jahren. Musik Also jede Pflanze, die ihr hier seht, ist an sich potenziell eine neue Sorte. Wir müssen jetzt aus diesen 3000 Sämlingen, die hier stehen, mit viel Geduld und mit gutem Auge durchgehen, einmal die Woche mindestens und eine Selektion durchführen. Und wir hoffen uns, innerhalb zwei, drei Jahren eine Sorte zu haben, die speziell für diese Höhenlagen hier zahnbaufähig ist. Die Erdbeere ist die Prinzessin auf der Erbse unter den Früchten. Wenn die Bedingungen nicht stimmen, reagiert sie sofort, mit Fäulnis oder Pilzkrankheiten. Deshalb ist Bio-Anbau bislang schwer. Wir produzieren ja heute auch schon gesunde Nahrungsmittel. Nur der Markt verlangt auch Bio. Das ist ganz klar, Bio ist heute ein Begriff. Nur muss das ehrlich und auch hundertprozentig passen. Und bevor wir nicht so weit sind, können wir solche Begriffe einfach nicht hernehmen. Das ist ein Begriff, der muss auch dem entsprechen. Deshalb direkt Bio, wenn es uns gelingt, natürlich sehr gut. Aber wenn wir schon eine Sorte haben, wo wir ein Drittel weniger machen müssen, am Pflanzenschutz, dann haben wir schon einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Wichtig ist, dass das Endresultat passt. Und dass wir dann für unsere Kinder eine gute Sorte haben. Ja, Max? Genau, das wäre dann optimal. Optimal. Ihr riesiger Erdbeerkuchen ist auch in diesem Jahr wieder ein Riesenerfolg. Doch die Suche nach ihrer eigenen, unverwechselbaren Sorte lässt die Martella nicht los. Andere Südtiroler Bauern haben ihre passende Sorte schon vor hundert Jahren gefunden. Suchen müssen sie sie trotzdem ab und an. Irgendwo müssten sie sein. Die ganze Alm hat eine große Ausdehnung. Und da braucht man manchmal Glück, dass man die auch erfindet. Und da kann es schon sein, dass man noch eine halbe Stunde oder eine Stunde hier rumläuft. Musik Haflinger. Benannt nach dem kleinen Südtiroler Dorf Hafling. Die jungen Stuten und ihre Fohlen verbringen den Sommer auf der Alm. Alois Reiterer hat sein Leben lang Haflinger gezüchtet. Ihre Geschichte begann vor hundert Jahren. Österreich wollte damals das Verteidigungsministerium ein Saumpferd für die Gebirgsartillerie haben. Und da hat man Pferde ausgesucht, von denen man geglaubt hat, die sind geeignet. Und hat den Bauern diese Pferde zur Verfügung gestellt. Sie mussten dann nachzüchten. Die Bauern konnten die Pferde aufziehen und selbst zur Arbeit benutzen. Sie mussten sich aber nur verpflichten, im Fall von Manöver oder Kriegsfall die Pferde dem Staat zur Verfügung zu stellen. Schwindelfrei, geländegängig, gutmütig. Das ideale Arbeitspferd für die Bauern. Bis die Maschinen kamen und die Haflinger vom Acker verdrängten. Plötzlich brauchte sie keiner mehr. Da war Umdenken angesagt. Man hat sich an diese Rasse gewöhnt und wollte sich einfach nicht loswerden. Und so hat man gesagt, suchen wir einen anderen Zweck für diese. Wir machen ein Freizeitpferd draus. Man hat sie dann etwas umgezüchtet. Früher waren sie ja stämmig, sie mussten ziehen und tragen. Heute sind sie schlanker. Und sie werden heute mit Vorliebe gerade in Reitbetrieben eingesetzt hier im Gebirge. Die Tiere haben das Dorf Hafling weltbekannt gemacht. Ein kleines Dorf mit grossem Ruf. Viele der etwa 700 Einwohner zehren davon und leben vor allem vom Tourismus. Kaum ein Bauer, der nicht mindestens ein Pferd im Stall hat. Die Nachfrage ist groß. Begeisterte Städter kommen zum Urlaub auf dem Reiterhof. Statt über den Acker arbeiten sich die Tiere nun mit Touristen auf den Rücken durchs Gelände. So ist es den Haflingern gelungen, ihre Haflinger zu erhalten. Traditionsbewusst und doch mit Mut zu Veränderung. Hinter jedem Berg eine Burg, heißt es über Südtirol. Etwa 800 Burgen und Schlösser gibt es hier. Schloss Juwal im Schnalztal ist eines der bekanntesten. Es ist sein Sommersitz. Der Bergsteiger Reinhold Messner hat es vor 30 Jahren als Ruine gekauft und wieder aufgebaut. Genauso wie den alten Bauernhof unterhalb des Schlosses. Also da unten wurde hergestellt, was man früher zum Leben braucht. Aber das ist sozusagen ein Hof, der wirklich dafür da war, die Schlossherren zu ernähren. Heute ist es so ähnlich, aber heute haben wir das ein bisschen praktischer gemacht, dass wir natürlich auch von unseren eigenen Produkten leben, die unten ein tüchtiger Bauer herstellt. Und die meisten Produkte allerdings werden an die vorbeikommenden Gäste verkauft. Der Bauer pachtet den Hof und führt ihn als Selbstversorgerhof. Heißt, auf den Teller der Gäste landet fast ausschließlich, was er produziert und veredelt. Und er hat eine Vorliebe für Schweine. Sie leben das ganze Jahr über im Freien, dürfen hier noch Gansschwein sein, bevor sie verarbeitet werden zu Schinken und Filet. Die meisten Ferkel stammen von diesem Eber, der vor Kraft strotzt und auch vor einem Reinhold Messner keinen Respekt hat. Ja, der hat ja solche Hauer, also der, sein Eber kann dich umbringen. Ich weiß nicht, wie friedlich er in Wirklichkeit ist. Das ist ja größer als eine kleine Kuh. Der Hof ist der erste von drei verlassenen Bergbauernhöfen, die Reinhold Messner wieder aufgebaut hat. Aus einer Mischung aus Eigennutz und Idealismus. Angefangen habe ich mir mit 40 eine Art Altersvorsorge zu schaffen und statt Rentenpapiere habe ich ein Selbstversorgerhof gekauft. Und beim Wiederaufbauen ist mir klar geworden, dass das nicht nur eine Möglichkeit ist zu gestalten, sondern auch eine Notwendigkeit ist. Und nur durch die Bergbauern, durch die Landwirtschaft bleibt die Kulturlandschaft gepflegt unterhalten. Und wenn wir diese Bauernhöfe nicht hätten, dann wäre unsere Landschaft nie so stark, um so viele Leute anzulocken. Seit der Industrialisierung kommen Touristen nach Südtirol. Zuerst entdeckten sie vor allem die Städte. In Meran wurden um 1900 die ersten Luxushotels gebaut. Und auch Bozen, heute Landeshauptstadt Südtirols, entwickelte sich rasch zu einem gefragten Ziel. Nach dem Bau der Brenner-Autobahn in den 1960er Jahren nahm der Tourismus noch einmal an Fahrt auf. Sechs Millionen Touristen kommen inzwischen jedes Jahr. Das Zehnfache der Südtiroler Bevölkerung. Und längst haben die Fremden auch die Berge entdeckt. Im Winter auf Ski, im Sommer zum Wandern. Doch wer hier auf Schritt und Tritt unberührte Natur erwartet, der könnte enttäuscht werden. Ohne Mobilität ist keine Landwirtschaft machbar. Und da gibt es einen enormen Streit in Europa zwischen den Städtern, die Heideland in den Alpen wollen, weil sie nicht wollen, dass irgendwo ein Wegele hinauf geht. Aber der Bauer muss hinauffahren können, auch auf 2000 Meter muss er hinauffahren können, wenn er dort oben Landwirtschaft betreibt. Dieses grüne Geschwätz, dass man eben die Alpen so hält wie im Mittelalter, so vor der Industrialisierung. Dass man da schön sozusagen mit dem Buckelkorb oder dem Rucksack das Salz hinaufträgt, ein totes Schaf herunter trägt, da eben Heideland spielt. Das ist heute nicht mehr möglich. Zurück zum Bergbauernhof Stallwies. Auch zu ihm führt heute eine Straße. Was für ein Luxus für Edi. Früher kam er manchmal über Monate nicht ins Tal. Und nach oben verirrte sich kaum einer. Einsam war das Leben damals. Doch das ist vorbei. Seit sie Anfang der 80er Jahre wie viele Höfe endlich eine Zufahrt bekamen. Okay. Jetzt sind das fertig. Und dann sind das da. Tschüss. Ochse Semino kommt zum Schlachthof nach Bozen und in ein paar Tagen zählegt nach Steilwies zurück. Früher hat man selber am Hof geschlachtet, aber das ist heute nicht mehr zulässig von den EU-Bestimmungen her. Ausser man baut einen Schlachthof, der in Uge oben ist, aber das wirkt ein paar, zwei, drei Stück Vieh schlachten im Jahr. Die Investitionen einfach zu groß nehmen. Die Straße hat sie näher herangerückt, ans Leben im Tal und damit auch an die Bürokratie. Das ist alles für Sie. Jede Schafe, alles muss registriert werden, und nicht je ein nach Nummer. Und Stahleingang, Stahleausgang, das muss alles registriert sein. Sonst werden die Hamsterrechte kontrolliert, dann muss das halt übereinstimmen. Sonst bekommt man eine Strafe. So genau ist das seit ungefähr zehn Jahren. Das läuft so streng. Doch die Straße brachte nicht nur Bürokratie nach Steilwies, sondern auch Touristen. Von Frühling bis Herbst kommen sie als Tagesausflügler oder als Übernachtungsgäste auf den Hof. Das hat viel verändert. Edi und die ganze Familie haben sogar noch mal die Schulbank gedrückt, um den richtigen Umgang mit den Fremden zu lernen. Bei einem Kurs der Tourismusbehörde. Auch Jana, eine Deutsche, ist vor drei Jahren als Urlauberin gekommen und geblieben. Jetzt erwarten sie und Edis ältester Sohn Oswald ihr erstes Kind. Ich komme eigentlich aus einer kleinen Familie, also bin Einzelkind. Und dann hier in eine Familie zu kommen, die in 24 Stunden miteinander zusammen ist. Zusammen arbeiten, zusammen essen, zusammen leben. Das ist mal so das krasseste gewesen. Und sonst eben von der Landschaft, vom Flachland auf dem Berg und von der Stadtwohnung auf dem Bauernhof. Eigentlich alles. Jana und Oswald haben den Hof vor wenigen Monaten offiziell übernommen. Sie wollen in Zukunft noch mehr auf Tourismus setzen. Edi und Irma sind erleichtert, dass der Erbhof von den jungen Leuten weitergeführt wird. Ich habe andere Ideen und so soll es auch sein. Das haben wir auch gehabt, ein bisschen. Wir haben nachher versucht, den Hof mal irgendwie zu verbessern und dann auf Tourismus ein bisschen hinzuarbeiten, weil von so einem Hof allein kann man überhaupt nicht mehr lebensfähig. Da kann kein Hof mehr ohne zu, aber auch Leben. Das ist nicht möglich. Die Touristen sichern Stallwies und vielen Höfen in Südtirol das Überleben. Ohne sie würde sich hier oben kaum noch jemand Landwirtschaft leisten. Aber die Touristen fordern den Bauern auch viel ab. Eben noch im Stall, schon an der Pfanne. Ein ständiger Rollentausch. Die Herausforderung besteht darin, alles gleichzeitig zu sein. Koch und Bauer. Wenn das Deg brät und auf der Weide der Sprenkler klemmt, muss Oswald schnell sein. Landwirtschaft, Gastbetrieb und das alles unter einen Ding zu bringen, das ist manchmal sehr schwierig. Aber bislang schaffen sie es. Und dann funktioniert sie auch wieder die Beregnung, die lebensnotwendig ist in Südtirol. Die Bauern sind auf das Schmelzwasser aus den Bergen angewiesen. Wer hier auf Regen wartet, wartet lange. Im trockenen Finchgau regnet es so wenig wie auf Sizilien. Aus über 3000 Metern fließt das Wasser ins Tal. Ein weiter Weg. Deshalb haben die Bauern jahrhundertelang nachgeholfen und im Finchgau eines der ausgedehntesten Bewässerungssysteme der Alpen angelegt. Ein 600 Kilometer langes Walnetz. Wale. Das sind tausende ausgehöhlte Baumstämme, die das eisig kalte Wasser auf die Felder und Wiesen leiten. Ich habe auch noch als Kind die Wale, die muss man ja in die Wiese ständig ein bisschen nachbessern. Und dann wachsen die ja zu, dass kein Wasser läuft. Und das hat man halt jedes Jahr müssen, einmal da, einmal dort, da und nachbessern. Womit das Wasser wieder genügend Wasser durch die Wiese geflossen ist. Heute sind die Wale fast überall durch robuste Wasserleitungen ersetzt. Doch es ist nach wie vor das Wasser aus den Bergen, das die Landwirtschaft am Leben hält. Ein Stückchen weiter nördlich, in Barbian, führt der 34-jährige Harald seinen Hof. Der Mensch ernährt sich von 30 verschiedenen Gemüsesorten. Das ist eigentlich traurig, nur 30 Sorten, wenn ich auf meinem Hof, in meinem kleinen Garten, muss ich sagen, 300 verschiedene Sachen drin habe. Bunter Mangold und Mini-Möhren statt Milchkühe. Ein mutiges Experiment. Als seine Eltern Harald den Hof vor fünf Jahren übergaben, waren sie alles andere als begeistert von seinen extravaganten Plänen. Und dann habe ich gesehen, dass das eigentlich mein Weg werden soll. Zuerst sicher mit skeptisch, weil man hat die Arbeit gearbeitet und nicht geschafft zu verkaufen. Dann ist der Grossteil im Kompost gelandet. Und das war dann sicherlich für meine Eltern ein kleiner Schock. Das ist ja nur Arbeit und verdienen tust du überhaupt nichts. Nur die zwei Kisten sehr einfach kaufen, da kannst du nicht leben und das funktioniert nicht. Doch er hat weitergemacht. Gemeinsam mit seiner Frau Petra, die nebenbei noch als Lehrerin arbeitet. Sonst kämen sie nicht über die Runden. Oft ist es viel Stress, aber wir wachsen einfach zusammen durch die ganze Arbeit. Ich bin dann manchmal diejenige, die sagt, ich schaffe es nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich finde es nicht romantisch, mit dir im Keller zu bekieren. Aber es ist schön zu sehen, dass die Köche es schätzen. Dass sie unsere Arbeit schätzen und dass sie kommen und schauen und sehen, woher das Gemüse kommt. 90 Prozent ihrer Kunden sind Gourmetköche aus der Umgebung. Auf der Suche nach Ungewöhnlichem. Wie Haralds Glückskleeblüte. Am Anfang ist es ein bisschen eine Säure, die was man da im Garmen spürt. Und hinterher schmeckt es wie Honig. Mir macht es eine Freude, wenn ich ein Produkt entdecke oder wie dieses Produkt habe ich ja schon zehn Jahre. Habe aber noch nie die Blüten probiert. Und heuer, zufälligerweise, habe ich mir eine in den Mund reingesteckt und gesehen, die ist ja wunderbar. Und ihm gezeigt und er findet dasselbe eben auch so, dass die sehr besonders im Geschmack ist. Weil einfach hinten her der Honig kommt. Richtig Honig. Machen wir zu, damit sie nicht wälchen. Doch die Umstellung des Hofes auf Raritäten dauert. Wie viele Bauern produziert Harald deshalb auch noch Milch. Und wie schon sein Großvater und Vater befördert er sie aufwändig mit dem alten Lastenaufzug jeden Morgen fünf nach neun zur Straße. Von dort kommt sie in die Malkerei. Sobald wie möglich möchte Harald alle seine Milchkühe eintauschen gegen diese Minignus aus Sri Lanka. Auch eine Rarität, die gutes Fleisch liefern soll. Sie sind Quildrinder, die direkt verwandt sind mit dem Auerochse. Und der Auerochse ist ja unser heimisches Wildrind, das schon ausgestorben ist. Die gibt es ja nicht mehr. Und als Gemüsebauer hat mich noch etwas interessiert. Und zwar haben diese Rinder, die sind zwar klein, aber einen vier Meter längeren Lagen. Also habe ich mir gedacht, das, was hinten rauskommt, ist von hoher Qualität. Und genau die brauchen sie als Dünger auf ihrem Feld. Chemie ist tabu bei ihnen. Petra und Harald. Zwei, die wissen, was sie wollen und dafür auch unbequeme Wege gehen. Sie haben ihre Nische gefunden. Weiter südlich, im Weinbaugebiet Südtirols, wollten die Bauern bis vor einigen Jahren mehr sein als Produzenten von Nischenprodukten. Sie produzierten Masse statt Klasse. Die Weinbautradition hier ist mindestens 1000 Jahre alt. Das kleine Dörfchen Tramin ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Seit jeher leben seine Einwohner von und mit dem Wein. Erst als Selbstversorger. Später organisierten auch hier grosse Genossenschaften den Vertrieb. So konnte der berühmte Gewürztraminer von Tramin aus die ganze Welt erobern. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg scherte sich keiner mehr um Qualität. Das Anbaugebiet um den Kalterer See bekam den Stempel Billigfusel. Kein Gut, das nicht mitmachte. Auch auf dem Gantberghof erinnern sie sich noch an die alten Zeiten. Billigweine werden natürlich gefragt. Und Südtirol hat das versucht auszunutzen. Das hat ja mal geheißen, der Kalterer See ist so. Das sei nicht so gross wie die Menge, die als Kalterer See Wein verkauft würde. Doch in den 1980er Jahren landeten die Bauern mit ihrer Konzentration auf die schiere Menge in einer Sackgasse. Ganz Europa verlangte plötzlich nach hochwertigen Weinen. Einige kleine Südtiroler Bauern begannen deshalb freiwillig ihre Mengen zu reduzieren. Und das tat weh. Trauben wurden vor der Reife runtergeschnitten auf dem Boden. Das war früher eine Sünde. Wenn man das zurückdenkt, der Vater noch und so, wenn einmal eine Traube, wenn sie auch grün war, am Boden lag, das war eine Katastrophe. Und das war schon eine große Überwindung. Da wurden einfach ein Drittel der Trauben auf den Boden geschnitten. Und die anderen, die übrig blieben, die wurden natürlich viel besser dann. Die brachten viel mehr Zucker, mehr Gehalt. Alles war einfach vorteilhafter. Und die Überwindung vor allem älterer Bauern war wirklich schwer. Doch die Überwindung der Kleinen war Vorbild für die Großen. Auch die Genossenschaften zogen nach und es hat sich gelohnt. Heute produzieren die Südtiroler Weinbauern eine große Anzahl preisgekrönter Weine. Sie haben gelernt, dass weniger manchmal mehr ist. Doch auf dem Gantberghof wollte Rudolf Niedermeier mehr als einfach nur weniger produzieren. Ich habe die ganze Zeit der extremen Chemie mitgemacht. Chemie im Pflanzenschutz. Vor allem die 70er Jahre. Das war enorm, was wir da raufgehauen haben. Das war die Zeit, wo man glaubte, gegen jeden Schädling, gegen jedes Pilzkrankheitchen. Es gibt immer wieder neue Mittel, die perfekt helfen. Bis man raufgekommen ist, Ende der 70er, dann, ja, es geht ja gar nicht. Die Krankheiten wurden immer ärger. Die Chemie konnte nicht mehr nach, samt den stärksten Giften und so weiter. Es wurden Resistenzen aufgebaut, sei es bei den Pilzen, sei es bei den Insekten. Und dann fragte man sich, ja, so kann es nicht weitergehen. Und dann kamen die Bewegungen, wo man ja auch ein bisschen hellhörig war. Ja, es ging ja anders auch. Es ging wie an den Bioanbau und so weiter. Und da haben wir gesagt, ja, warum den Weg nicht gehen? Und dann sind wir gegangen. Was gefährlich aussieht, ist Schwefel gegen den gefürchteten Mehltau. Schwefel sehen wir im Bioanbau nicht als so problematisch an, weil Schwefel an sich in der Natur ja überall vorkommt, ja sogar lebensnotwendig ist. In jeder Zelle kommt Schwefel vor. Und deshalb ist Schwefel auch im Bioanbau nicht so verbündet und wird eigentlich ziemlich viel verwendet. Aber Schwefel ist nicht sein einziges Mittel. Er setzt auf die Selbstheilungskräfte der Reben. Neben alten Weinsorten wie Weiss- und Grauburgunder wachsen deshalb neue, robustere Kreuzungen bei ihm. Für Weine mit Fantasienamen wie Solaris und Nova. Während der Mehltau die Blätter der alten Sorten wie ein Fettfleck durchdringt und kaputt macht, wehren sich die neuen Sorten. Sie kapseln die kranke Stelle ab. Der Mehltau kann sich nicht weiter ausbreiten. Jetzt müssen nur noch die Kunden nachziehen. Es ist eine Herausforderung und ein Experimentierfeld auch des Konsumenten. Und darum soll der Konsument nicht auch mal anfangen, verschiedene Weintypen zu probieren und neue Erlebnisse zu haben. Den Mut, Neues zu probieren. Und das ist eine Herausforderung. 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 Den Mut, Neues zu probieren, braucht diese Landschaft. Hätten ihn viele Bauern nicht immer wieder bewiesen, hätten sie nicht überleben können. Das wissen sie auch auf der Kaserel-Alm unterhalb der berühmten Geißlerspitzen in den Südtiroler Dolomiten. Die Flüssigkeit Thomas und sein Vater Franz-Josef. Sie haben die stillgelegte Alm der Grossmutter wieder in Betrieb genommen und aufgepeppt. Neue Hütte, neues Glück, hat sich der 18-jährige Thomas gesagt. Er war besessen von einer Idee, an der er im Keller experimentiert. Alte Rezepte seiner Oma vermischt er hier mit neuen. Mein Vater, ganz am Anfang, war nicht so ganz begeistert. Er hat gemeint, das dauert sich halt lang, bis sich das halt alles wieder amortisiert. Der Käsekessel und die ganze Käserei und dann habe ich ihn halt überredet und dann haben wir angefangen damit. Inzwischen finanziert sein Käse-Experiment die Alm. Und auch der Vater hat sich mit der Situation angefreundet. Mehr noch, er ist froh, dass seine Familie nicht wie viele andere die Alm schon in den 70er Jahren abgestoßen hat. Da haben sie hier die Almen viele verkauft, weil sie keinen Wert mehr hatten. Und da ist zugewachsen auch viel. Die ist alles einmal in die Fabriken gegangen. Hat geheißen, ja, das tragt nichts mehr. Mittlerweile ist es genau umgekehrt, dass die Almen wieder sehr gefragt sind. Touristen kehren ein, bekommen nicht nur Käse, sondern sie finden auf knapp 2000 Meter Höhe auch ergonomische Liegen fürs geplagte Kreuz. Da kommen sie manchmal zu streiten. Der eine stellt den Rucksack drauf, geht auf den Klo runter, will raufliegen, ist schon der Nächste drauf. Geht's los? Sie haben nicht nur moderne Liegen auf die Alm geholt, sondern sämtliche moderne Zeichen der Zeit. Internet und alles, ja, ja, das ist alles mit dem Abwasser runter und Strom rauf und Gasfaserkabel zugleich. Ist viel Arbeit gewesen alles, ja. Alles raufgraben da. Aber in der Zukunft braucht's das halt auch. Und Thomas Käse braucht Streicheleinheiten. Jeden Tag bürstet er nach alter Tradition einen nach dem anderen. Das sind schon etliche hundert Laien hier. Die brauchen halt ein bisschen Pflege, dass sie auch schön werden. Wie hier sieht man, die zwei. Das sind zwei Laien vom letzten Jahr. Das sind Bergkäse. Würde man die nicht pflegen, würden sie verschimmeln. Und würden halt nicht mal eine schöne Rinde bekommen. Sein Käse ist längst Markenzeichen ihrer Alm und sichert, dass sie weiter bewirtschaftet wird. Ohne das Vertrauen einer Generation in die nächste. Ohne Verlass darauf, dass auch die Jungen versuchen, das Beste zu tun, wäre Entwicklung hier nicht möglich. Musik Die alte Wal betriebene Mühle seiner Vorfahren dreht sich wieder. Auch seine Eltern haben hier noch so Roggen gemahlen. Sie bauten den Roggen an einem 65 Grad steilen Hang an. Und seine Söhne tun es heute wieder. Nach 40 Jahren Pause haben sie entschieden, den alten Hut neu aufzusetzen. Sie brauchen den Roggen heute nicht mehr zum Überleben. Und trotzdem war es ihnen wichtig. Nicht nur für die lobende Erwähnung im Reiseführer, sondern vor allem ihrem Vater Edi zuliebe. Dass das nicht vergessen geht, dass uns der Vater noch zeigen kann, wie das wirklich eingebaut wird. Und wir werden versuchen, das in Zukunft so, wenn es zeitlich ein bisschen möglich ist, immer mit den Korn, dass man das wieder sagen kann, dass man wieder sagen kann, wir sind der höchste Kornhof. Und dann wollen wir da wirklich zusammen mit den schweren Arbeiter, das halt noch mitnehmen. Es ist wirklich eine Genugtuung, dass sie mir recht finden, das noch zu bearbeiten und das zu betreiben. Ich glaube nicht, das tut einem gut. Das tut einem gut. Also haben wir hier, wo wir sind. Okay. Und dann können wir uns jetzt ein bisschen weiter zu belegen. Und dann sind wir auch mit den Kornhof. Und dann werden wir uns hierher wieder drücken. Wir schauen uns, dass wir uns hierher wieder abbringen. Und dann werden da noch mal wieder zurückgehen müssen. Und dann werden wir uns hierher wieder. Südschweden. Die Küsten hier gehören zu den nördlichsten Agrargebieten Europas. Auf der Höhe von Moskau verkürzt allein das Meeresklima den skandinavischen Winter. Grundlage für eine einzigartig fruchtbare Landschaft, den Garten des Nordens. Ein Mosaik aus Heiden, Obstplantagen, Acker- und Weideflächen. So vielfältig ist die Landschaft sonst nirgends im waldreichen Schweden. Entlang Südschwedens Ostseeküste erstreckt sich eine der grössten Steppen. Eine Seltenheit im Land der Wälder. Die sandigen Böden waren über Jahrhunderte Weidegebiet. Damit diese offene Landschaft nicht verschwindet, grasen hier heute schottische Hochlandrinder. Ulf Pück ist der Herr über die Herden. Für einige Tage müssen die Tiere von der Weide. Denn sie teilen sich ihr Land mit dem schwedischen Militär. Lagebesprechung für den Umtrieb. Am Anfang war das sehr viel Arbeit. Die Tiere an das Zusammentreiben und vor allem an den Umgang mit den Hunden zu gewöhnen. Nicht nur für uns, auch für die Tiere war das hier erst einmal ein gewaltiges, unbekanntes Gebiet. Sie mussten lernen, sich zurechtzufinden. Für den ersten Transport mussten wir sie mit Pfeilen betäuben. Und dann brauchte es einige Jahre, ehe sie umgänglicher wurden. Es ist wichtig, dass man sie gut behandelt. Dann lassen sie sich ruhiger eintreiben. Eigentlich ihr natürliches Verhalten nutzen. Das ist es, genau. Neben den Hochlandrindern leben auf Haveng auch Pferdeherden und Schafe mit ihren Lämmern. Bis morgen früh müssen sie alle von der 800 Hektar grossen Fläche verschwunden sein. Von ihrem Stück Outback in Südschweden. Wof! 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 Komma! Hey! Hey! Ohne Hütehunde wäre der Umtrieb unmöglich. Nadelöhe für die Tierwanderung ist ein Gatter zu den ausserhalb liegenden Weiden im Wald. In fünf Tagen geht es für alle zurück nach Haveng. Dass unsere Tiere hier weiden, macht nicht nur geschmacklich einen Unterschied, sondern auch ethisch. Hier auf dieser Sandsteppe leben mehr als 34 verschiedene Hautflüglerarten und damit mehr als irgendwo sonst in Schweden. Darunter sogar vier Arten, die es nur hier gibt. Hier finden sie genau die offene Landschaft, die sie brauchen. Deshalb wächst in Haveng auch der Sandtragant, auf dem eine seltene Schmetterlingsart lebt. Dieser Schmetterling taucht nur dort auf, wo auch der Sandtragant existiert. Den wiederum gibt es in ganz Schweden nur hier. Ich finde es wichtig, das zu erhalten. Hier ist es unglaublich viel länger grün. Wie bei mir zu Hause in Australien. Aber da ist die Landschaft schon im Juni, Juli braun. Eigentlich müsste Australiens Nationalfarbe braun sein und nicht grün. Und dass das Meer nirgends weit entfernt ist, das erinnert mich auch sehr an meine Heimat. Deshalb fühle ich mich hier so wohl. Die offene Landschaft beherbergt in Schweden sonst seltene Arten. Das europäische Kaninchen durchgräbt die sandigen, wasserdurchlässigen Böden. Dabei fördert es tiefliegende, kalkhaltige Erden nach oben. Das ist lebenswichtig für bedrohte Pflanzen wie den Sandthymian. Auch die Sandnelke kann nur in dieser nährstoffarmen Erde überleben. Das ist ihre Nische. Hier kann sie überall sonst dominante Konkurrenten übertrumpfen. Ohne Beweidung würde die offene Landschaft zuwachsen und dieser letzte Rückzugsort verschwinden. Doch diese sandigen Böden und felsigen Küsten sind Stiefkinder der Landwirtschaft im sonst fruchtbaren Südschweden. Lange war hier Ackerbau kaum möglich. Nur Weidewirtschaft und Fischerei halten die Menschen über Wasser. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt ein junger Bauer auf seinem kargen Land an der Küste wilde Apfelbäume. Die kennt er nur aus den Gärten von Burgen und Klöstern. Wie kann es sein, dass Äpfel, damals die Früchte der Reichen, in diesen sandigen Böden wachsen? Hier, wo sonst nicht einmal Getreide gut gedeiht. Südschwedens Küste profitiert jedes Jahr von einer gewaltigen Wanderbewegung. Der europäische Aal geht auf die Reise aus dem Süßwasser zurück in die Sargasso-See und durchschwimmt die Ostseeküste hier. Sven-Erik Tenghagen ist Aalfischer, einer der letzten. Denn der Aal ist heute vom Aussterben bedroht. Hier in der Hanau-Bucht sind heute nicht mehr als sieben Fischer übrig. Und noch in den 50er Jahren waren es ungefähr 100. Damals waren Fischerei und Landwirtschaft die Lebensgrundlage hier in der Region. Das zeigt schon die gewaltige Veränderung. 2007 beschränkt Schweden die Aalfischerei, um den Bestand zu schonen. Der lokale Fischwang entlang der Aalküste bricht zusammen. Sven-Erik kauft die wenigen noch verbliebenen Lizenzen seiner Kollegen auf. Jetzt fischt er nur noch die gesetzlich erlaubten 90 Tage pro Jahr. Die Ursache für den drastischen Rückgang des Aalbestands ist nicht eindeutig geklärt. Ihre Wanderwege in Flüssen werden durch Wasserkraftwerke verbaut. Umweltgifte könnten die Fische unfruchtbar machen. Werde Fisch! Bye, bye! Sven-Erik kompensiert die geringeren Fangzahlen, indem er eine alte schwedische Tradition wieder aufleben lässt. Das Aalfest. Eine Feier, die früher die Fischer hier im Herbst gaben, bietet er jetzt zahlungskräftigen Touristen an. In der alten Fischerhütte seines Vaters. Darin besteht eben auch der Reiz. Ich fische selbst und den frischen Fang serviere ich den Gästen auf dem Aalfest. Es gibt keine Zwischenhändler. Eigentlich mache ich es genauso, wie man es früher gehandhabt hat, als noch alle Fischer Aalfeste veranstaltet haben. Ein- bis zweimal pro Woche im Herbst wird die alte Fischerhütte zum Restaurant für geladene Gäste. Der Fischer selbst Gastgeber und seine Frau Köchin. Es war ruhiger, als er nur Fischer war. Jetzt ist hier so viel mehr los. Zum Glück haben wir Helfer. Ohne sie würden wir das auch gar nicht schaffen. Es ist über die Zeit einfach immer mehr geworden, aber so viele Gäste wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Mit Menschen zusammenzukommen, das ist besonders. Ihnen die Küstenfischerei zu zeigen. Hier am Meer kann man fangfrische Produkte kaufen, sie mit nach Hause nehmen, selbst zubereiten. In grossen Städten kannst du das nicht erleben. Genau das muss man bewahren. Und gerade als Touristenattraktion ist diese Kultur für uns eine grosse Chance. Ob diese Tradition auch nach ihm bestehen bleibt, weiß Sven-Erik noch nicht. Mein Sohn hat Nein gesagt, genau wie ich in seinem Alter. Ich denke, bei ihm ist es genau wie bei mir. Wenn man älter wird, verändern sich die Prioritäten. Diese Kultur, mit der er aufgewachsen ist, wird ihm wichtiger werden. Ich werde einfach so lange hier weitermachen, bis mein Sohn so weit ist. Hinter der Küste wird sichtbar, was die Landschaft ganz im Osten von Südschweden so besonders macht. Anders als im tellerflachen Innenland winden sich Weiden und Felder über Hügel. Eine Berglandschaft im Kleinen, geschaffen durch eiszeitliche Bäche, die sich tief in die Sandablagerung gruben, bis auf den Fels darunter. Hier im hügeligen Teil Südschwedens, auf einem der ältesten Höfe der Region, wagen Marie und Gustav Mandelmann 1996 einen kompletten Neuanfang. Sie ziehen als erste Ökobauern in diese Region, gründen einen Selbstversorgerhof. Neueste Errungenschaft, zwei schwedische Bergkühe, Rødkölekur, passend zur Landschaft. Aus ihrer Milch wird später der Käse für das Hofrestaurant. Gemolken weben die Tiere in einem alten Aussenstall, direkt auf den Weiden. Meist lande ich unten in der Küche und mache den Käse. Aber es ist so fantastisch, den Morgen mit seinen Kühen zu beginnen. Sie sind so ruhig und man kann sie überhaupt nicht stressen. Dies ist ein wirklich schöner und entspannter Moment. Daher versuchen wir beide, uns die Zeit zu nehmen. Moderne Kühe sind grösser. Die würden in unseren kleinen Stall gar nicht hineinpassen. Das hier sind kleinere Kühe aus Nordschweden. Eine sehr ursprüngliche und seltene Bergkuhrasse. Ihr Hof wurde zuletzt, 1860, dank einer schwedischen Landreform von der Dorfstrasse zu den Wasserquellen ins Tal verlegt. Der Garten, die Teiche, alles haben die Mandelmanns selbst neu angelegt. Ziel der Biobauern. Alles, was sie für sich und ihren Hof brauchen, produzieren sie selbst auf ökologische Weise. Für diesen Kreislauf eignen sich alte Haustierrassen besonders gut. Wie diese Schweine, Linderötsgrisar. Eine einheimische Rasse. Genügsam, robust und dieses Jahr erstmals mit Nachwuchs. Heute ziehen die Muttertiere gemeinsam mit ihren Ferkeln auf ein neues Feld. Premiere für die Jungtiere. Die Schweine haben mit ihren Ferkeln hier den gesamten Sommer verbracht. Wir nutzen ihren Appetit sozusagen. Hier hatten wir vorher ein Gemüsefeld. Die Schweine fressen alle Pflanzenreste und grobern die Erde um. Sind sie fertig wie hier, kommen sie auf das nächste Gebiet. Einen festen Stall haben sie gar nicht. Die Mandelmanns machen sich für die Arbeit auf dem Hof die natürliche Lebensmittel. und die Lebensweise der Haustiere zunutze. Schon in wenigen Tagen werden die Schweine diese Wiese in einen Acker verwandelt haben. Das spart den Menschen hier Arbeit und ermöglicht den Tieren eine artgerechte Lebensweise außerhalb der konventionellen Zucht im Stall. Auf dem Land ist es nun einmal so, dass man eher das tut, was schon vor vielen Jahren getan wurde. Für uns war es da einfacher. Wir kannten keinen, als wir hierher zogen. Wir hatten weder Mama noch Papa, die uns vorschrieben, was wir anbauen sollten. Trotzdem ist es auch für uns ein Experiment. Bei Südschweden denken die meisten ja, dass es platt ist. Aber genau dieser Teil hier ist es keineswegs. Es ist eine fantastische, hügelige Landschaft, aber gar nicht so leicht zu bewirtschaften. Als wir zum Beispiel Kartoffeln anbauen wollten, war es unmöglich, die Reihen gerade zu ziehen. Man muss sich der Landschaft eben anpassen. So haben wir mit Zeit und Übung gelernt, bergab zu pflanzen, so gut es geht. Und, naja, verhältnismäßig gerade. Was die Landwirtschaft in Südschweden am stärksten prägt, wird aus der Luft sichtbar. Das Meeresklima verlängert die sonst zu kurze Vegetationsperiode, sorgt für einen milden Frühling und sonnigen Spätsommer. Deshalb ist das Land hier so geeignet für den Obstanbau. Eine der ältesten Apfelfarmen gehört Peer Grützell. Was er heute mit seinem Sohn pflückt, ist geschichtsträchtig. Peer züchtet auf seinem Hof seltene alte Apfelsorten. Die Tradition und die Vielfalt zu bewahren, sind ihm wichtig. Doch das erfordert auch mehr Arbeit und bringt weniger Erträge. Das hier ist etwas Besonderes. Wir züchten um die 60 Apfelsorten. Normalerweise hat ein Apfelbauer nicht mehr als ein Dutzend. Es ist natürlich rationeller, weniger Sorten anzubauen. Aber bei uns fragen die Kunden im Hofladen eben vor allem nach den alten Apfelsorten. Die Kunden bestimmen, dass wir so viele verschiedene Sorten anbauen. Dieser Baum hier zum Beispiel ist ganze 106 Jahre alt. Ein Gravenstein. Mein Urgrossvater hat ihn 1906 gepflanzt. Und bis heute trägt er Früchte. Gute sogar. Peer ist Apfelbauer in vierter Generation. Mein Urgrossvater hat diesen Hof gegründet. Ein Baptist. Damals gab es eine Art grüne Bewegung. Menschen sollten mehr aus den Städten aufs Land ziehen. Er zog also von Stockholm hierher und begann mit dem Apfelanbau. Damit war er damals ziemlich allein. Das kannte man hier noch gar nicht. Eine entbehrungsreiche Zeit. Es dauert Jahre, bis die neuen Plantagen genug Früchte für die Ernte tragen. Doch genau hier beginnt der Aufstieg vom kleinen Experiment zur grössten Apfelanbau-Gegend Schwedens. Die ersten Apfelzüchter in Südschweden, einfache Bauern, lernen ihr Handwerk meist von Landschaftsgärtnern. Von Zeitgenossen ernten sie damals vor allem Unverständnis und Kopfschütteln. Doch starrsinnig verfolgen sie ihr Ziel. Dass der Apfel auf den nährstoffarmen Böden wächst, ist ihre Rettung. Tief in der sandigen Erde verbergen sich Kalk- und mineralienreiche Schichten, die die Obstbäume nutzen können. Und das Land hier kostet nicht viel. Das neue Apfelreich im Norden verändert die Landschaft grundlegend. Wer etwas Neues wagen will in der schwedischen Landwirtschaft, der versucht es hier. Auf einem alten Apfelhain hat sich über 100 Jahre nach den ersten Züchtern erneut ein junger Mann mit einer Vision niedergelassen. Gabriel Valdén kam mit seiner Frau aus Gotland, mit ihnen ihre Herde Gotland-Schafe. Sie möchten gerne umgesetzt werden, weil sie von dieser Weide hier genug haben und hungrig sind. Wenn wir kommen, wissen sie bereits, was auf sie zukommt. Aber was sie nicht wissen ist, dass wir die Lämmer heute von ihren Müttern trennen. Die Gotland-Schafe von Gabriel und Veronika bekommen kein industrielles Grünfutter. Sie sollen nichts anderes als die Vielfalt der Wiese schmecken. Eine einzelne Weide, gross genug, dass die Schafe dort den ganzen Sommer bleiben können, fand Gabriel nicht. Jetzt hat er mehrere Kleine, auf denen die Tiere abwechselnd grasen. Heute werden sie wieder umgesetzt. Vorher trennen Gabriel und Veronika Dilemma dieses Frühjahrs von ihren Müttern. Das Fleisch ist bereits verkauft. Die Vision der Valdéns, ein artgerechtes Leben für ihre Tiere und Fleisch in bester Qualität, das sogar Spitzenköche überzeugt. Eigentlich sollte es nichts Besonderes sein. Aber das sind unsere ersten Lämmer, die ihr ganzes Leben lang nur draußen gelebt und Gras gefressen haben. Auch ihre Mütter haben nur Gras bekommen. Sehr traurig, dass das speziell ist. Ich bin gespannt auf das Fleisch dieses Jahr. Alle Kunden, alle Köche, die wir beliefern, sagten schon in den letzten Jahren, dass dies das beste Lammfleisch ist, das sie je gegessen haben. Eben weil unsere Schafe in Ruhe wachsen und nur Gras fressen. Bara Gras. Bara Gras. Bara Gras. Bara Gras. Die Beweidung durch die robusten Gotland-Schafe verwandelt die Wiesen beim alten Apfelhain. Neue Kräuter und Grasarten profitieren außerdem davon, dass hier nicht gemäht wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute sich fragen, wie wir davon leben können. Aber das können wir tatsächlich. Das, was wir machen, ist irgendwo schon ein Experiment. Und klar, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Ich hoffe aber sehr, dass unser Plan aufgeht, dass wir weiterhin auf diese Art und Weise arbeiten. Etwas größer vielleicht. Und so, dass das System, das ich vor Augen habe, in der Realität funktioniert. Das sind die Systeme, die ich vor mir sehe, dass sie in der Realität funktionieren. Je weiter die Reiseland einwärts geht, fort von der Küste, desto flacher wird die Landschaft. Fruchtbare Lehmböden machten diese Ländereien im Mittelalter zum Zankapfel zwischen Dänemark und Schweden. Das Gut Bolleröp war damals einer der größten Höfe der Region. Sein berühmtester Herr, Tage Ludwig Silvan, wollte, dass jeder hier die Landwirtschaft erlernen kann. Er stiftet sein Anwesen 1878. Ein Landwirtschaftsgymnasium entsteht. Heute lernt hier der schwedische Bauernnachwuchs. Der neue Jahrgang beginnt mit gleich zwei besonders beliebten Stunden. Schafe scheren und Traktor fahren. Bisher macht es Spass. Im Moment sind die Schafe auch noch nicht so schwer zu handhaben. Sie stehen gerade schön still. Wenn wir nachher losgehen, wird es wohl schwieriger. In Schweden machen Schüler im Gymnasium gleichzeitig ihre Berufsausbildung. Hier in Bolleröp können die Jugendlichen zu Beginn zwischen den Vertiefungen Landwirtschaft, Pferdezucht und Forschung wählen. Diese Klasse hat sich für Landwirtschaft entschieden. Vier Jahre lang werden sie ab jetzt neben den üblichen Unterrichtsfächern ganz praktisch das Handwerk eines Bauern lernen. Vorher werden die Klasse beträcktsvallig. Die Klasse sind die Schafe, die Pillen sind im Feedback. Die Schafe, 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 die Schafe. Die Schafe, die Schafe, die Schafe. Die, die die landwirtschaftliche Vertiefung gewählt haben, davon tippe ich, werden so 15, 20 Prozent Landwirte. Aber wir können ja mal fragen. Bereits einer. Schon jemand anders einen Plan? Ich hatte mir vorgestellt, eine Hobby-Landwirtschaft zu betreiben. Das hast du dir gedacht? Ja, also nichts, womit man sich komplett versorgen kann. Es gibt ziemlich große Variationen auf dem Gebiet. Die meisten hier haben sich wahrscheinlich gedacht, nach der Schule hier erst mal zu studieren. Aber ich persönlich glaube, wer sich hier gut schlägt, der bleibt in der Regel auch bei der Landwirtschaft. Heute haben die 16- und 17-Jährigen erst einmal nur ein Ziel. Ihren Traktor gut durch den Parcours bringen. Nanna ist die Tochter des Apfelbauern Per Grützel. Die Entscheidung für Bollerück fiel ihr leicht. Ob sie später Landwirtin wird, ist schwieriger. Entschieden habe ich mich noch nicht, wie es weitergeht. Meine Mutter sagt die ganze Zeit, dass ich kein Züchter werden sollte. Weil ihr so viel Arbeit macht und man nichts verdient. Sie denkt immer noch, dass ich eine ganz andere Richtung einschlagen sollte. Aber ich möchte zum Beispiel lernen, einen Traktor zu reparieren, damit ich nicht jemand anderen fragen muss. Es ist gut, das selbst zu können. Ganz einfach, Allgemeinbildung zu haben. Zu wissen, dass das Gras auf der linken Seite eine Weide ist und nicht nur eine Koppel. Denn das ist es nicht. Ja, irgendwie so, denke ich. Heute begeht Bollerück außerdem sein 100-jähriges Jubiläum. Typisch schwedisch feiern Lehrer und Schüler gemeinsam bei den Erntewettkämpfen. Die Schule ist ein Internat, finanziert aus Schulgeldern und den Erträgen der Landwirtschaft. Die knapp 300 Schüler kommen aus ganz Schweden, um hier in Bollerück zu lernen. Die Schule ist ein Internat, finanziert aus Schulgeldern, um hier in Bollerück zu lernen. Die Schule ist ein Internat, um hier in Bollerück zu lernen, um hier in Bollerück zu lernen, um hier in Bollerück zu lernen. Zurück an der Küste beginnt der Herbst. In Sjivik, einer kleinen Hafenstadt in Südschweden, entsteht seit 25 Jahren vor jedem letzten Septemberwochenende ein ungewöhnliches Kunstwerk. Über 30.000 Äpfel, gestiftet von den Züchtern der Region. Sie ergeben nach vier Tagen Arbeit auf rund 100 Quadratmetern ein Gemälde. Die Hauptattraktion auf dem Apfelmarkt, dem grössten Erntefest der Region. Kunst und Werbung für den lokalen Obstanbau zugleich. Musik Jahrelang gestaltete Helge Lundström das Bild. Jetzt übernimmt seine Tochter Emma. Das Spezielle dieses Jahr ist, dass mein Bild, die zwei beliebtesten Bilder meines Vaters, miteinander verbindet. Auch meinem Vater selbst haben sie sehr viel bedeutet und ich möchte auch für ihn sie noch einmal auf meine Weise malen. Meine Art mit Äpfeln zu malen ist anders als Erstart. Eine Herausforderung. Richtig gut geht es mir immer erst am Freitag, wenn das Baugerüst abgenommen wird und das ganze Bild sichtbar ist. Dann fällt der ganze Druck von mir ab. Dann ist es geschafft. Ein schöner Moment. Ein schöner Moment. Auch auf den grossen, konventionellen Obstplantagen. Der Hof von Jon Orlind gehört zu den modernsten in Südschweden. Ich gehe jeden Morgen meine Runde und schaue mir die Äpfel an. Ob sie bereits die richtige Farbe haben, wie sie schmecken. Ein grüner Apfel, der zu früh geerntet wird, erreicht niemals den perfekten Geschmack. Das Problem mit diesen Frostschlipsen, wie wir sie nennen, ist, dass wir sie so nicht mehr als erste Qualität verkaufen dürfen. Das habe ich noch nie in all meinen Jahren als Obstbäuer erlebt. Solch einen extremen Frost hier im Osten Südschwedens. Eigentlich ist unser Klima hier ja sehr mild und gut für den Obstanbau. Die Anzahl der Äpfel ist gut, nur sind sie deutlich kleiner als sonst. Erntehelfer aus Osteuropa kommen jeden Sommer für die Saison zu ihm. Jons Urgrossvater hat ja vor mehr als 100 Jahren mit dem Apfelanbau begonnen. Heute ist die Plantage knapp zehnmal so groß. Neue Pflanzungen, weitere Obstarten, ein Gewächshaus für Gemüse. Nur auf die Apfelernte allein kann Jons nicht setzen. Die grösste Herausforderung für mich ist, in einem Wasserschutzgebiet anzubauen. Die Qualität fordert nun einmal Äpfel, die frei von Insektenangriffen sind. Aber das ist hier eben das Problematische, einen Weg zu finden, auf dem wir hier Schädlinge bekämpfen können. Bei einer so teuren Investition geht es einfach nicht anders. Die Ernte muss optimal laufen, sodass wir so schnell wie möglich das angelegte Geld wieder einholen. Heute ernten sie Aroma. Eine moderne schwedische Apfelsorte. Süß und dünnschalig. Zur Hochsaison verlassen fünf volle Lkw-Ladungen pro Woche den Hof. Den Großteil seiner Ernte liefert Jons selbst an Äppel Ricket. Eine Erzeugergemeinschaft, der die meisten Apfelbauern in Südschweden angehören. Hier werden die Äpfel gelagert, sortiert und weiter an die Supermarktketten gehandelt. Auf diesem Weg sorgen die Züchter für einen gemeinsamen festen Preis und den sicheren Verkauf ihrer Ernte. Wird Jons nicht gerecht bezahlt, kann er nicht weitermachen. Man kann also nicht davon ausgehen, dass der Preis immer weiter gesenkt werden soll, sondern man muss davon ausgehen, dass der Züchter Lohn bekommen muss. Erst dann entstehen Sicherheit und Nachhaltigkeit für die Produktion. Durch die Zusammenarbeit hier bei Äppel Ricket haben wir beides. Ich glaube, dass auch die Kunden das schätzen, da immer mehr Schweden lokale Produkte kaufen möchten. Es ist populär geworden, schwedisches Obst zu konsumieren. Aber werden wir für unsere Arbeit nicht bezahlt, können wir mit dem Anbau eigenen Obstes nicht fortfahren. Vor der Sortierstrasse sind alle Äpfel gleich. Das Wasser sorgt für einen sanften Transport. Ab jetzt wird kontrolliert. Hat ein Apfel Druckstellen, die richtige Färbung, das Minimumgewicht. Nur wer besteht, darf als Tafelapfel in den Verkauf. Der Rest wird Most. Bis zu 14 Millionen Kilogramm Äpfel pro Jahr. Von hier aus gelangen sie in Supermärkte in ganz Schweden, nach Finnland, Dänemark und Norwegen. Allein vom Fleisch ihrer Gotland-Schafe können Gabriel und Veronika auf ihrem kleinen Hof nicht leben. Die Lämmer schlachten sie im Herbst. Ihre eigene Bäckerei bringt sie dafür über den Sommer. Heute plant Gabriel eine Verkostung des diesjährigen Lammfleisches. Einer seiner Kunden, ein Koch, kommt dafür extra aus Malmö angereist. Das ist ein Land, ein Land, das nicht verlangt Kåla. Ja, das ist ziemlich großartig. Und das ist ganz großartig. Das ist das erste Jahr, in dem wir Schafe nur Gras gefressen und niemals den Hof verlassen haben. Ihr Fleisch ist also eine Essenz aus Sonne, Wasser, Erde und Luft. Jetzt gilt es, die Daumen zu drücken, dass es auch gut ist. Ich versuche so oft wie möglich, zu Lieferanten zu fahren, auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber in jedem Fall bin ich einmal im Monat unterwegs und schaue mich um. Es ist immer gut, die Personen zu treffen, die hinter allem stehen. Für Gabriel geht es bei solchen Verkostungen nicht nur um den Verkauf, sondern auch um die Meinung eines Profis zu seinem Produkt. Ich finde, es hat einen sehr milden Lammgeschmack. Das ist doch ganz und gar ausgezeichnet. Gabriel ist noch nicht zufrieden. Das Lamm schmeckt ihm nicht kräftig genug. Ein Ansporn für das nächste Jahr. Es gibt viel gutes Fleisch mit hoher Qualität hier in Südschweden. Das ja, aber nicht für alle. Nur für die, die danach suchen. Es gibt Fleisch bester Qualitäten. Das Problem ist die grosse Masse. Überwiegend stammt das Schweine- oder Hühnerfleisch hier von einer Rasse, nach dem gleichen Aufzuchtmodell. Es gibt wenig Vielfalt. Warum ist das so? Das Einzige, was ich machen kann, ist über mein Restaurant das Bewusstsein meiner Gäste zu verändern, indem wir berichten, was wir machen und worauf wir Wert legen. Je mehr Menschen bessere Waren und besseres Fleisch verlangen, desto mehr steigt die Nachfrage. Noch vereinzelt versuchen doch immer mehr Landwirte in Südschweden alternative Wege zu gehen. Gerade im meist konventionellen Obstanbau sind auf Vielfalt bedachte Höfe wie der von Peer Grützell selten. An diesem Wochenende ist seine Tochter Nana für ein paar Tage wieder aus der Schule in Bollerück zurück und hilft zu Hause in der Boutique. Wir sind hier heute mit unseren Eltern, die schon immer hier Obst kaufen. Sie fahren mindestens einmal im Jahr her. Diesmal sind wir mitgefahren und vielleicht kommen wir nächstes Mal wieder. Die Familie ist freundlich und sie haben leckeres Obst. Deshalb. Auch bei den Grützells ist Erntezeit. Hier pflückt nur die Familie. Die vielen verschiedenen Sorten reifen zu unterschiedlichen Zeiten. Die Arbeit verteilt sich über das Jahr. Außerdem ist dieser Hof sehr klein, nur rund 10 Hektar. Trotzdem. Überleben kann er nur als Familienbetrieb. Anders ist nur mit dem Anbau der alten Sorten nicht zu wirtschaften. Ich war schon immer dabei, schon seit ich sehr klein war. Ich habe bestimmt schon gepflückt, als ich erst ein paar Jahre alt war. Drei, vier Jahre vielleicht? Ja, genau. Ich habe bestimmt schon Äpfel gepflückt, als ich noch nicht mal laufen konnte. Mehr oder weniger. Ich glaube schon, dass ich Nachfolger in meinen Kindern gefunden habe. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich hoffe vor allem, dass sie das gleiche Gefühl und Gespür für die Früchte entwickeln und sich daran erfreuen können, wenn die Äpfel wachsen. Sie haben natürlich viel zu lernen. Es ist sicher nicht leicht, sollten sie anfangen. Sogar ich lerne nach so vielen Jahren noch immer viele Dinge dazu. Erfahrung ist wichtig. Erfahren, heute wirklich. Der Apfelmarkt in Schiwig. Über 20.000 Touristen kommen allein dafür jedes Jahr hierher. Gegründet 1988, genau 100 Jahre nachdem die ersten Apfelplantagen hier entstanden. Damals musste Schweden auf internationalen Druck das Einfuhrverbot für ausländisches Obst aufheben. Das Apfelfest in Schiwig feiert den schwedischen Apfel nicht nur, es möchte ihn auch über seine Grenzen hinaus bekannt machen. Und sei es in Form eines Kunstwerks. Zur gleichen Zeit 15 Kilogramm. Die Mandelmanns veranstalten ebenfalls ein Fest. Sie feiern, um für sich einen Schlusspunkt hinter die Erntezeit zu setzen und um viele Besucher nach Djupadal zu locken. Gerade in schwierigen Jahren ist der Hofverkauf besonders wichtig. Dieser Sommer war ziemlich schlecht, kalt und regnerisch. Der August war nochmal warm und wir konnten vieles retten. Trotzdem nicht das beste Anbaujahr. Aber ich weiß, dass sie weiter nördlich in Schweden große Probleme hatten, die Ernten einzuholen. Dort hat es so viel geregnet, dass alle Äcker unter Wasser stammten. Dagegen haben wir uns ganz gut geschlagen. Dagegen haben wir uns ganz gut gemacht. Dagegen haben wir uns ganz gut gemacht. Den Halloumi-Käse für das Hofrestaurant macht Marie selbst aus der Milch ihrer Kühe. Alles, was den Gästen auf Dschupadal serviert wird, haben die Mandelmanns selbst hergestellt. Man ist so leicht verletzlich, wenn man eine kleine Landwirtschaft betreibt. Da ist es besser, mehrere Standbeine zu haben. Wenn der Sommer schlecht ist, die Apfelernte gering ausfällt. Außerdem ist es besonders wichtig, Vielfalt zu haben. Vielfalt trägt dazu bei, dass viele Leute herkommen. Die Städter dürfen ein Teil des Hofs und Gartens sein, ihn miterleben und erfahren, wie alles funktioniert. Mit dem Melken und dem Gemüse. Manche wissen nicht einmal, dass Tomaten ein Jahr lang wachsen. Unsere Arbeit besteht also aus vielen kleinen Puzzleteilen. Das macht das mit vieles Wolle. Wir wollen viele Sachen mit vieles Wolle. Und das macht das mit vieles Wolle. Neben dem Hofrestaurant ist die Boutique die wichtigste Einkommensquelle. Zum Erntefest verkaufen auch andere Biobauern aus der Region hier bei den Mandelmanns. Ich glaube, dass der ökologische Anbau zunehmen wird. Nicht zuletzt auch, weil wir ja alle in einem Wasserschutzgebiet wirtschaften. Hier liegen die Trinkwasserquellen für den ganzen Distrikt. Aber es gibt immer noch einige Bauern, die versuchen, eine Befreiung zu erhalten, um ihre Felder zu spritzen. Obwohl die Quellen so nah sind. Ich glaube, die Leute werden das nicht länger akzeptieren. Vielleicht noch ein paar Jahre, aber nicht mehr als zehn vielleicht. Schade, dass man so kurzsichtig denkt, aber es ist eine Generationsfrage. Das wird verschwinden. Daran glaube ich. Ja, das spielt ja. Das ist nur ein bisschen, weil es ist nur ein bisschen, weil es ist gut. Ja. Das wird es gut. Yelan Ho, Cindy, Cindy, Yelan Ho. Yelan Ho, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Seit 30 Jahren bewirtschaftet Ulfpöck Haveng mit seinen Tieren. Neben den Inseln Öland und Gotland gehört Südschweben zu den scharfreichsten Regionen des Landes. In den letzten Jahren nimmt die Schafzucht gerade hier im Südosten wieder zu. Auch die Zukunft von Ulfs Hof ist gesichert. Stück für Stück übernimmt seine Tochter Emily die Arbeit. Sie lebt bereits mit ihrem Mann Frederik und ihrer kleinen Tochter Roja auf dem Hof. Heute müssen die verkauften Schafe entwurmt und von der Herde getrennt werden. 700 Tiere in acht Stunden. Das Lammfleisch von Haveng verkauft der Familienbetrieb in ganz Schweden. Sogar bis nach Lappland. Haveng. 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 Wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, ich hätte sicher Nein gesagt. Ich habe vorher alles Mögliche ausprobiert, war im Ausland. Aber ich kam irgendwie immer hierher zurück. Klar, der Hof ist riesig und macht wirklich viel Arbeit. Aber ich bin ja selbst hier aufgewachsen. Man muss die Arbeit gut organisieren, gerade als Familienbetrieb und mit einem kleinen Kind. Vieles dauert einfach länger. Und es gibt natürlich Tage, wo es nicht so gut klappt. Aber dann ist Roja so goldig, dass man einfach wieder froh sein muss. Sie trägt auch dazu bei, dass wir das alles hier gut schaffen. Ich bin sehr froh, dass ihr den Hof übernehmt. Nach fünf Tagen auf den Waldweiden geht es jetzt für alle Tiere nach Haveng. Zurück an die Ostseeküste. Ihre Lebensweise bewahrt die Sandsteppe und erhält damit ein Stück der Vielfalt, die Südschwedens Landschaft ausmacht. Musik Sie sind zurück. Die Geier in den Cévennen. Hier gelten sie nicht als Symbol für den Tod. Sie stehen für den Neuanfang im südlichen Ausläufer des französischen Zentralmassivs, anderthalb Autostunden vom Trubel der Mittelmeerküste entfernt. Die Cévennen sind der einzige bewohnte Nationalpark auf dem französischen Festland. Der größte Teil der Region gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Einst bekannt für ihre riesigen Schafherden, für die Produktion von Seide und Kastanien, dann jahrzehntelang vergessen. Heute sind die Cévennen wieder ein Ort mit Zukunft. Aus der Schwäche haben die Menschen hier eine Tugend gemacht. Wer heute durch die Cévennen reist, tut das oft auf den Spuren eines berühmten Schorten. Robert Louis Stevenson. Autor der legendären Schatzinsel. Er kam 1878 als einer der ersten Touristen. Er wanderte knapp 200 Kilometer durch die Cévennen mit einer störrischen Eselin an seiner Seite, Modestine, die ihn immer wieder zur Weißglut trieb, weil sie lieber fressen als laufen wollte. Trotzdem fraß Stevenson einen Narren an der Gegend, schrieb ein Buch über seine Wanderung und wurde so bis heute zum Vorreiter des sanften Tourismus. In einer Gegend, die alles andere als sanft ist. Seit 2000 Jahren haben die Menschen alles daran gesetzt, sie urbar zu machen. Sie haben die steilen, unwirtlichen Hänge in landwirtschaftlich nutzbare Terrassen verwandelt, Stein auf Stein Mauern gebaut und Dörfer an Stellen errichtet, die unbebaubar schienen. Der Boden ist durchzogen von Gestein. Wer hier ein Feld anlegt, hat Jahre damit zu tun, die Steine fortzuschaffen. Und das Klima ist launisch, mit eisigen, scharfen Winden, die im Winter über die Hochplateaus fegen. Eigentlich denkbar schlechte Voraussetzungen, um hier Landwirtschaft zu betreiben. Wer es dennoch tut, muss ein Kämpfer sein. Er hat nie darüber nachgedacht, wegzugehen. Er hält fest an einer Form der Landwirtschaft, die die Svennen seit Jahrhunderten geprägt hat und die selten geworden ist. Grisette gibt beim Melken mal wieder die Diva, will besonders nett behandelt werden. Diese Ziege ist sehr speziell, sie kann richtig unangenehm werden. Sie weiß eben, dass sie schön ist, sagt Bernard. Und er muss es wissen. Ich habe mein Leben lang nie etwas anderes gemacht als Schafe und Ziegen gehütet. Und mein Leben dauert schon ein Weilchen. Der Großteil der Herde sind Dreyol-Schafe, eine alte severnolische Rasse. Jedes Jahr im Juni bringen die Besitzer ihre Tiere zu Bernard. Aus den Dörfern am Fuss des Zentralmassivs. Manche sogar aus Montpellier. Von Anfang an haben es die Menschen sinnvoll gefunden, ihre Tiere im Sommer hier hochzubringen, wo das Gras frisch und die Luft kühl ist. Und im Winter wieder ins Tal, wo es nicht so eisig kalt wird. Wenig Aufwand, viel Nutzen. Seitdem die Menschen das verstanden haben, betrieben sie die Wanderschäferei, die Transhumans. Die Eigentümer eines Teils der Herde sind gekommen. Mit dem Lohn für den Schäfer und guten Sachen. Das ist Tradition. Er hat ihre Schafe gesund durch den Sommer gebracht. Das muss gefeiert werden. Vor 30 Jahren hatte Josy Täubchen dabei, die ich in bester Erinnerung habe. Das heißt, dass wir schon ein paar Jährchen miteinander zu tun haben. Aber es gibt bei Weitem nicht mehr so viele Schafe wie vor 30 Jahren. Das ist sicher. Ja, ich erinnere mich an ein Foto des alten Schäfers, bei dem ich gelernt habe. Er sitzt auf einem Felsen, unter sich seine Herde auf einer blühenden Weide. Heute sieht man von dem Felsen nur noch Kiefern. 70 Prozent der Sävennen sind heute von Wald bedeckt. Die Folge einer riesigen Aufforstungsaktion Ende des 19. Jahrhunderts, die sich nach und nach verselbstständigt hat. Der Wald bekommt überall Nachwuchs. Gleichzeitig wurden die Schafe weniger. Vor 150 Jahren hielten noch Hunderttausende die Flächen frei. Heute sind es noch 20.000 pro Jahr. Die Konkurrenz etwa aus Neuseeland ist hart. Für einen Teil seiner Herde ist jetzt Mitte September Schluss. Ferienende nennt das Bernhard. Hier oben wird es bald zu kalt sein. Wer ein rotes P auf dem Hinterteil hat, muss raus. Bockig sein hilft nichts. Der Beruf ist schwer. Nachwuchs war lange rar. Da ist es für Bernhard wie ein kleines Wunder, das er Stefanie an seiner Seite hat. Seine Auszubildende. Inzwischen gibt es wieder vier Schäferschulen in Frankreich. Man kehrt zurück zur Transhumans. Denn damit können wir den mageren Boden hier optimal nutzen, wenn wir es schlau anstellen. Sie darf fahren. Knieprobleme. Die anderen müssen zurück zu Fuß ins Tal, Winterquartier beziehen. Ein Wiedersehen mit Bernhard und Stefanie wird es erst im nächsten Frühjahr geben. Der Rest der Herde hat noch ein paar Tage, bis auch ihr Besitzer sie für den Winter zurück ins Tal holt. Maschinen hätten in dem steilen, unwegsamen Gelände keine Chance. Sie kommen überall durch. Auch die eitle Grisette. Gäbe es die Herden nicht, würden diese Wellen komplett verwalden. Und die Flächen gingen für die Landwirtschaft endgültig verloren. Schäfer wie Bernhard werden deshalb vom Nationalpark finanziell unterstützt. Das ist gut so, aber die Landschaftsgestaltung ist nicht mein eigentliches Anliegen. Ich bin schliesslich kein Gärtner, ich bin Schäfer. Ich will nicht, dass da etwas verwechselt wird und dass die Gestaltung von Landschaft zum Selbstzweck wird. Er will die jahrhundertealte Tradition der Transhumans aufrechterhalten, weil er die Schafzucht für die ideale Landwirtschaft in den Cervennen hält. Er ist froh, dass er sein Wissen an Stefanie weitergeben kann. Wir können uns nicht abschotten und in unserem eigenen Saft schmoren, wenn es hier weitergehen soll. Wir brauchen immer einen neuen Blick auf die Dinge. Neue Ideen. Neue Ideen. Die fehlten lange. Die Cervennen galten bis vor wenigen Jahren als unattraktiv, als Landstrich ohne Zukunft. Denn die Landwirtschaft steckte in einer tiefen Krise und für die Industrialisierung waren sie nicht der rechte Ort, die fand außerhalb statt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, bis in die 1970er Jahre, schrumpfte die Bevölkerung um zwei Drittel. Schliesslich lebten nur noch 40.000 Menschen hier. Auch aus Rogelagrafsdorf gingen viele. Die Bevölkerungszahl war viele Jahrhunderte sehr stabil bei uns. Doch dann kam es zur Landflucht. Viele Dörfer und Höfe wurden wie leergefegt. Die Erklärung für diese Landflucht findet man heute nur noch im Museum. Seidenraupen. Keine Schönheiten. Aber sie haben in den Cervennen lange für bescheidenen Wohlstand gesorgt. Die Raupen waren nahezu ideal für die Gegend. Einfach zu halten, sie brauchten kaum Fläche. Im 18. und 19. Jahrhundert hatte fast jede Familie ihre eigene Seidenraupenzucht. Am liebsten unterm Dach. Weshalb die Häuser immer höher wurden. Man sattelte auf. Die Raupen fraßen ausschliesslich die Blätter des Maulbeerbaumes. Tausende wurden angepflanzt und bald nur noch Goldbaum, Abredor genannt. Die Menschen setzten voll und ganz auf die Kraft der Raupen und deren seidigen Faden, in denen sie sich beim Verpuppen einspinnen. Tausend Kokons brauchte man für ein einziges Hemd. Die Cervennen wurden zu einem der größten Seidenexporteure der Welt. Das Leben der Seidenspinner dauerte nicht lange. Sofort nach dem Eierlegen starben sie. Ein kurzer Auftritt. Und auch die Seidenraupenzucht in den Cervennen fand ab 1890 ein jähes Ende. Die Seidenraupen bekamen eine schwere Krankheit. Und bevor sie sich davon erholen konnten, hatte man die künstliche Seide erfunden, Nylon, das die natürliche Seide verdrängte. Die Goldbäume verkümmerten. Die Seidenproduktion ging kaputt. Tausende Familien verloren ihr Einkommen. Die ganze Region erlebte einen wirtschaftlichen Niedergang. Und ein zweiter schwerer Schlag traf die Sevenolen. Ihr Brotbaum, die Kastanie, Grundnahrungsmittel für Mensch und Tier, wurde von einer Pilzkrankheit erfasst. Zwei Lebensgrundlagen innerhalb kürzester Zeit verschwunden. Vor allem junge Menschen suchten außerhalb der Sevenne nach Perspektiven. Die Natur eroberte Terrain zurück. Die über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft geriet zusehends aus dem Gleichgewicht. Bis 1970 der Nationalpark gegründet wurde. Ich war einer der Initiatoren des Parks. Wir glaubten, dass die Region sterben würde. Wir wussten, dass hier bald Wüste sein würde, wenn wir nichts tun würden. Sie stellten die Region unter Schutz, machten aus der vermeintlichen Schwäche eine Tugend und die Sevennen damit interessant für Menschen mit neuen Visionen. Vogelschützer Philipp und seine Kollegen gehören dazu. Gemeinsam mit dem Nationalpark ist es ihnen gelungen, Anfang der 80er Jahre die längst ausgestorbenen Geier in die Region zurückzuholen. Ein Riesenprojekt, nachdem es seit 1940 keinen einzigen mehr gab. Sie waren verschwunden, weil die Menschen aus den Städten herkamen, um sie zu jagen. Trophäen waren damals begehrt. Außerdem wurden Tiere wie Füchse mit Gift zur Strecke gebracht. Das vergiftete ihnen direkt auch die Geier. Und die Bauern wurden verpflichtet, ihre toten Tiere vom Abdecker holen zu lassen. Damit hatten die Geier nicht mehr genug zu fressen. Inzwischen ziehen wieder 1200 Gänse- und Mönchsgeier bedächtig ihre Kreise und nutzen den Wind. Ja, das ist gut. Geh, 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 Geh. Die Gaia gehören wieder zu den Sivennen, wie die Geschichte des berühmten Schottens Stevenson, der hier vor 130 Jahren zum ersten Wanderer wurde. Nein, ich bin nicht Herr Stevenson, aber ich bin sein Erbe. Am Stevenson-Weg, der auf dessen Spuren durch die Sivennen führt, vermietet Christian Brochier Esel. Knapp 30 Tiere stehen in seinem Stall. Er hat sie selbst alle großgezogen. Seit der Geburt sind sie wie meine Kinder. Der Trick ist, du musst sie an dich gewöhnen. Dann kannst du sie auch erziehen. Und du bist an dich gewöhnt, stimmt's? Von wegen, dummer Esel. Es heißt, sie seien so intelligent wie fünfjährige Kinder. Aber sie können noch genauso störrisch sein. Eine Touristin aus Deutschland ist angekommen. Ein Tag Eselintensivkurs, bevor es ernst wird. Sie streicheln ihn dreimal. Dann reicht er ihnen sein Bein. Sie nehmen den Huf fest in die Hand. Nicht nur so, sondern richtig fest. Sonst könnten sie ihm wehtun. Und dann kratzen sie. In diese Richtung. Und jetzt sie. Eins, zwei, drei. Vielleicht noch ein bisschen zaghaft, aber sie hat große Pläne. Wir machen eine Rundtour. Die geht um den Mont Blosere außenrum. Und ich habe eine Karte dabei. Aber die Esel sind die Strecke, die auch schon öfters gelaufen. Und ich denke mal, irgendwann abends werden die wissen, wo der Stall ist. Hoffe ich mal. Überall am Weg gibt es Unterkünfte, die mit der Geschichte um Stevenson spielen. Oft auf Bauernhöfen, die allein von der Landwirtschaft schwer leben können. Deshalb nutzen sie alles, was sie haben. Platz, gutes Essen und eine traumhafte Lage. Es gibt kaum einen Urlauber, der sich nicht an den grandiosen Ausblicken gefreut hätte. Auch hier nicht. Mitten in einem der schönsten Cévennentäler im Gide de Valais. Esel und deren zweibeinige Begleiter sind hier herzlich willkommen. Vielleicht bekommen Letztere sogar ein Bett im Stevenson-Zimmer, auch wenn der den Hof damals links liegen ließ. Viele Leute fragen uns, ob er hier geschlafen hat. Und wir erzählen ihnen augenzwinkernd die Geschichte, dass er uns etwas dagelassen hat. Nämlich die Leine und den Korb von Modestin. Severin selbst ist als Touristin gekommen und geblieben. Sie hat mit viel Ausdauer und Mühe eine kleine Landwirtschaft aufgebaut und dann ihren Hof für Gäste geöffnet. Auf den Tisch kommen nur Produkte aus eigenem Anbau und der Region. Als ich das erste Mal für eine Gruppe Wanderer gekocht habe, war ich total aufgeregt. Und ehrlich gesagt habe ich mich nur an ein einziges Menü herangewagt. Und das habe ich dann ein Jahr lang gekocht. Immer wieder. Und erst im zweiten Jahr habe ich mich getraut, etwas Neues auszuprobieren, aber seitdem klappt es. Am Abend kommen die nächsten Gäste. Da ist noch viel zu tun. Sie werden hungrig sein. Er ist es auch langsam. Hungrig. Und er wittert Beute. Hauptnahrungsquelle der Gänsegeier ist totes Vieh. Sie sind deshalb auf Landwirte angewiesen. Ohne Viehzucht keine Nahrung für die Geier. Auf der Hochebene, dem Cosme-Jean, weiden die Schafherden, die die Milch für den berühmten Roquefort-Käse liefern. Ein Schaf hat die Nacht nicht überlebt. Der Bauer hat Philipp den Vogelschützer angerufen. Wir kommen immer sehr schnell. Meist sind die Tiere am Vortag oder in der Nacht gestorben. Ich werde jetzt versuchen, es ins Auto zu heben. Aber das ist nicht einfach. Vorsicht! Mit Schaf Nummer eins im Kofferraum geht's zum nächsten Hof. Damit keine Krankheiten drohen, müssen die Kadaver schnell weggebracht werden. Es gibt sicher Leute, die schockiert sind, wenn sie das sehen. Aber der Tod gehört doch dazu. Auf jedem Hof sterben zwischen drei und fünf Prozent der Tiere. Das muss man akzeptieren. Die toten Schafe sind die Lebensgrundlage der Geier und die Geier der beste Schutz gegen die Verbreitung von Krankheiten. Doch die großen Vögel wagen sich nicht auf bewohntes Gelände. Sie sind zu scheu. Dieser Bauer hat deshalb abseits seines Hofes einen Platz angelegt. Die Geier brauchen zwei Stunden, um zu bemerken, dass hier ein totes Schaf liegt. Und innerhalb einer Stunde haben sie es dann weggeputzt. Bestens. Sein Vater musste mitunter Tage auf den Abdecker warten. Heute lösen in der Gegend 60 Bauern wie er das Problem mit ihrer eigenen Futterstelle für Geier. Das ist nicht schmutzig. Im Gegenteil, das sind nur noch Knochen. Ich brauche nicht den Abdecker zu rufen. Das ist perfekt. Ich werde auf natürliche Art und Weise mein totes Vieh los. Das geht gar nicht besser. Das Interessante an diesem Platz ist, dass nur die Tiere aus seiner Herde hier landen. Es gibt keine Transportwege. Kein LKW, der die Höfe abklappert. Die Geier steigen ab und machen ihre Arbeit. Sie haben wieder ihren festen Platz im Ökosystem. Das ist großartig. Die anfängliche Skepsis vieler Bauern ist der Einsicht gewichen, dass sie und die Geier gut miteinander auskommen. Mehr noch. Landwirte und Geier brauchen einander. Sie sind uninteressant für Geier. Zu klein. Zu lebendig. Dabei wären sie eine leichte Beute. Kurzsichtig und taub, wie sie sind. Die Kleine ist etwa vier Tage alt, die Große vielleicht 15 oder 20. Schnecken legen ihre Eier in die Erde. Die Jungen machen es dann wie Schildkröten. Sie ernähren sich von der Flüssigkeit im Ei und dann durchstoßen sie irgendwann die Schale. Und wenn sie dann aus der Erde kommen, dann haben sie schon ihr Häuschen. Aber keiner kümmert sich um sie. Weder Mama noch Papa. Sie müssen sich allein ernähren und sich alles selbst beibringen. Dominique Wackier ist hier im Süden der Sevennen aufgewachsen. Auf diesem Grundstück hat schon ihre Großmutter eine kleine Landwirtschaft mit Ziegen und Hühnern betrieben. Als Dominiques Arbeitgeber ein Textilunternehmen vor dem Ausstand, gab es nur zwei Möglichkeiten. Weggehen oder sich etwas einfallen lassen. Nach 30 Jahren stand ich plötzlich vor der Kündigung. Ich musste schnell etwas finden. Kühe, Schafe, Ziegen, dachte ich mir, das gibt es doch alles schon in der Region. Deshalb entschied ich mich für Schnecken, um mich zu unterscheiden. Bei einem Kurs am Atlantik hat sie sich mehrere Wochen lang die Zucht beibringen lassen. Und ihre ganze Abfindung in den Schneckenpark gesteckt. Ich glaube, meine Schnecken sind glückliche Tiere. Ich denke, um gute Produkte zu haben, brauchst du glückliche Tiere. Du musst sie mögen, respektieren und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. 15 Millionen Schnecken essen die Franzosen im Jahr. Ein Großteil wird inzwischen aus großen Zuchtanlagen in Osteuropa importiert. Die Arbeit ist aufwendig. Eine fertige Schnecke erkennst du daran, dass sie einen festen Rand hat. Die hier ist fertig, der Kalk ist fest, ich kann sie einsammeln. Die hier hingegen ist noch nicht fertig, ganz weich, fast wie Haut. Nach dem Einsammeln ist das schöne Leben vorbei. Fastenzeit, die ist vorgeschrieben. Damit die Schnecken alles, was dem Menschen schaden könnte, ausscheiden. Etwa drei Wochen ohne Wasser, ohne Futter. Am Ende hat es etwa jede zehnte Schnecke nicht überlebt. Ja, das riecht unangenehm, nach toten Schnecken. Ich werde sie aussortieren. Die hier haben den Schock des Fastens einfach nicht überlebt. Die sortieren wir aus. Die kommen in den Plastikbeutel und die Lebenden kommen in den gelben Sack. Im Dorf beobachten sie wohlwollend ihren Neuanfang. Die Nachbarn sind froh, dass sie geblieben ist. Mit Masse wird Dominique nie bestechen können. Das kann die Billigkonkurrenz besser. Sie setzt auf kleine, feine Schneckenprodukte. Verarbeitet alles selbst. Der hintere Teil, das sind Magen und Darm. Die zwack ich ab und werfe sie weg. Eine Maschine dafür gibt es nicht. Das muss man alles mit der Hand machen. Und dann wundern sich viele, dass Schnecken nicht ganz billig sind. Sie reinigt die Schnecken mit Meersalz zum Entschleimen. Das fasst sich an wie jedes andere Fleisch. Ich mag das. Ich mag das. Früher waren Schnecken vor allem beliebt bei Mönchen als magere Fleischalternative in der Fastenzeit. Heute werden sie das ganze Jahr über als Delikatesse nachgefragt. Es ist Markttag im Nachbarort. Hier wird verkauft, was die Region zu bieten hat. Dominique hat einmal in der Woche einen Stand. Touristen und Einheimische kaufen hier gern. Eine wachsende Zahl von kleinen Produzenten bietet die eigenen Produkte an. Ein bisschen teurer als im Supermarkt. Dafür keine Massenware, sondern regional und frisch. In Zeiten von Lebensmittelskandalen ist das für viele Kunden wichtig. Für ihren Platz zahlen die Landwirte nur ein paar Euro. Eine gute Investition, findet Dominique. Denn hier machen sie und die anderen auch Werbung für ihren Bauernladen ein paar Straßen weiter. Hier verkauft sie den Großteil ihrer Produkte. Den Laden teilt sie sich mit 16 anderen. Die Kosten für Miete, Strom und Genehmigung auch. Ein Konzept, das inzwischen in immer mehr Orten Nachahmer findet. Jeder steht nur alle paar Tage hinter dem Tresen. So bleibt genug Zeit für die Landwirtschaft. Das produzieren wir alles selbst. Dominique, ja, das bin ich. Neben Schnecken biete ich auch noch Obst an. Rémi hat Äpfel- und Lammfleisch. Und Philippe baut Kartoffeln an und andere Produkte aus dem Regal dort drüben. Und Frederic baut Gemüse an und macht Konfitüre. Jeder von uns hat mehrere Produkte, denn mit nur einem Produkt kommt keiner über die Runden. Es gibt nur, was die Jahreszeit zulässt und nur, solange der Vorrat reicht. Eine Einschränkung, über die hier kein Kunde klagt. Der direkte Kontakt ist das Besondere. Und das Lächeln der Verkäufer. Hier weißt du genau, wo die Sachen herkommen, wer sie angebaut hat. Verglichen mit einem großen Supermarkt ist es einfach viel menschlicher. Auch unter den Geschäftspartnern. Als Jan seinen Stall renovieren musste, haben Dominique und die anderen mit angepackt. Einer für alle, alle für einen. Dann ist es zu schaffen, sagen sie. Diese Wirtschaftsweise verbindet und die Sevenolen halten, wenn es darauf ankommt, offenbar immer noch zusammen. Das taten sie schon vor 300 Jahren, als sie sich als stolze Protestanten ihrem katholischen König Ludwig XIV. widersetzten. Die blutigen Kämpfe sind Geschichte. Heute schätzen Touristen die friedliche Ruhe und Abgeschiedenheit, die sie hier finden. 800.000 Gäste kommen pro Jahr. Undenkbar, während die Sevennen nicht in dieser Weise bewirtschaftet. Für viele ist die Region eine Entdeckung. Vor allem dann, wenn sie das erste Mal mit einem Esel wandern. Wie dieses Schweizer Paar, das am Ende einer langen Tagesetappe im Gide de Valais ankommt. Das habe ich mir viel einfacher vorgestellt mit dem Esel. Aber er will eigentlich die ganze Zeit nur fressen. Er hat seinen eigenen Kopf. Er will die ganze Zeit stehen bleiben. Ich dachte, er sei eher so einfach zu handhaben wie eine Kuh. Aber er ist keine Kuh, er ist ein Esel. Für heute sind Esel und Wanderer am Ziel. Zeit, sich von Severin Geschichten über die Sevennen anzuhören. Und sie zu fragen, wie das Leben hier funktioniert. Mitten in dieser wunderschönen und gleichsam schwer zu bändigenden Natur. Zur Antwort bekommen sie Severins buntes Menü. Und mit jedem Gang ein bisschen mehr Ahnung davon, was die Sevennen ausmacht. Während es für die einen spät geworden ist, sind sie 50 Kilometer nördlich am Fuße des Mont Loserre schon wieder auf den Beinen. Vorbei, das süße Studentenleben. Rachel und Guillaume leben im Rhythmus ihrer Kühe, seitdem sie mit gerade mal Anfang 20 den stillgelegten Hof seines Großvaters wieder zum Leben erweckt haben. Wir müssen die Zitzen gründlich putzen, denn wir arbeiten mit roher Milch. Da muss alles picobello sein. Erst nehmen wir Seife und dann noch ein Desinfektionsmittel. Inzwischen haben sie 20 Kühe und einen 12-Stunden-Tag. Guillaumes Eltern hatten sich gegen dieses Leben entschieden, waren in die Stadt gezogen. Guillaume will die alte Familientradition wieder aufnehmen. Auf neue Art und Weise. Eigentlich sind hier in der Gegend die Obrac-Kühe typisch. Das sind Fleischkühe. Wir wollten das erst auch machen, aber dafür hätten wir Subventionen gebraucht, die wir nicht bekamen. Deshalb haben wir uns auf Milchkühe spezialisiert. Das war unsere Chance, mit etwas ganz und gar Neuem für die Region anzufangen. Butter herzustellen ist Rachels Aufgabe. Die alte Butterschleuder hatte ihnen Guillaumes Oma geschenkt. Die Oma ist inzwischen 94 und im Seniorenheim, aber sie hat mir beigebracht, wie man Butter macht. Und die Nachbarin hat auch ein paar Tipps gegeben, die Methode hat sich ja nicht geändert. Butter, Käse und Joghurt. Sie stellen alles selbst her. Vor fünf Jahren haben sie mit drei Kühen angefangen. Da war es schwer, über die Runden zu kommen. Der Hof warf nicht genug für beide ab, aber sie wollten es unbedingt schaffen. Ich habe am Anfang alle möglichen Jobs gemacht, habe mich im Dorf um alte Leute gekümmert und ich bin putzen gegangen. Die Herstellung von Butter ist am unrentabelsten. 20 Liter Milch brauchen sie für ein einziges Kilo, das sie dann für etwa 10 Euro verkaufen. Da sieht es beim Käse schon besser aus, da reichen 8 Liter Milch für ein Kilo. Nur Joghurt funktioniert noch besser. Jeder Tropfen Milch landet im Becher. Aber ihr Ziel ist es nicht, reich zu werden. Sie wollen von ihrer Arbeit leben können, unabhängig sein, ihr eigener Chef. Auch wenn Rachel eigentlich ganz andere Zukunftspläne hatte. Nein, so war das ganz und gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich beim Zoll arbeiten. Aber dafür hätte ich in die Stadt ziehen müssen. Das hätte mir nicht gefallen, also habe ich die Ausbildung sein lassen und Landwirtschaft studiert. Was alles dazu gehört, zum Leben als Landwirt, haben sie damals noch nicht geahnt. Wie die meisten hier sind sie nicht nur Landwirte, sondern auch ihre eigene Verpackungs- und Marketingabteilung. Zum Direktverkauf auf dem Hof fehlt die Zeit. Einen Markt- oder Bauernladen gibt es nicht. Und trotzdem setzen sie voll und ganz auf die Region als Absatzmarkt. Guillaume muss hoch auf den Berg, nach den jungen Kühen auf der Weide sehen. Wir sind hier mitten auf dem Stevenson-Weg. Das finden die Touristen nicht so toll, wenn wir hier mit dem Auto langfahren. Sie verstehen nicht, dass wir arbeiten müssen, während sie Ferien machen. Das nervt manchmal, aber es gehört nun mal dazu. Die Kühe brauchen Salz. Sie sind noch zu jung. Milch geben sie erst im dritten Jahr. Kümmern muss sich Guillaume trotzdem um sie. Dieses Jahr ist es besonders schwer. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Das Gras auf der Weide ist verdorrt. So ein trockenes Jahr ist schlimm. Das bedrückt uns sehr. Aber ich hoffe, dass es nur dieses eine Jahr ist und dass es nächstes Jahr wieder besser wird. Früher war Wetter für ihn einfach nur gut oder schlecht. Heute hängt davon seine berufliche Existenz ab. Rachelle ist inzwischen auf Liefer-Tour. Sie fährt Butter und Joghurt aus. Eine Weile mussten sie Klinken putzen. Mit Erfolg. Inzwischen arbeiten sie mit mehreren Dorfläden der Gegend zusammen, die ihre Produkte ins Sortiment aufgenommen haben. Bislang hatten wir nur Ziegen- und Schafskäse. Sie sind die einzigen, die Kuhkäse machen und das zu einem vernünftigen Preis. Das ist interessant für uns. Außerdem sind sie nett und jung. Wir müssen sie einfach unterstützen. Rachelle und Guillaume hatten Glück. Sie haben den Hof des Großvaters geerbt. Neuzubauen ist in den Zervennen oft schwer. Die Auflagen des Nationalparks sind streng. Außerdem sind viele alte Höfe inzwischen Zweitwohnsitz für Städter, die hier ein paar Wochen pro Jahr ihre Ferien verbringen, ohne Zeit und Interesse für Landwirtschaft. Ein Problem für die Gegend. Das bekamen auch die Deutschen zu spüren, die Ende der 90er Jahre diesen alten Kastanienhof kauften. Erstmal war sie total skeptisch. Das sind bestimmt so deutsch, die haben so einen Zweitwohnsitz hier, die kommen nur zu den Ferien her. Davon waren sie ganz fest überzeugt. Also die alten Nachbarn, die am Anfang haben die nicht mit uns geredet. Die ersten Jahre, ich glaube, das erste Mal mit uns geredet haben die 2002. Da waren wir schon drei Jahre hier. Der alte verlassene Hof hatte es der Familie aus der Nähe von Mönchengladbach angetan. Es war Liebe auf den ersten Blick. Zumindest bei ihr. Wir haben hier auf der Terrasse gestanden, haben uns die Corniche des Cévennes angeguckt. Und Angela hat gesagt, du, wir haben unser Haus gefunden. Und ich habe gesagt, ähm, hast du dich mal umgeguckt? Das ist doch sehr viel Arbeit hier. Und daraufhin hat sie gesagt, wieso, hattest du den Rest deines Lebens noch irgendwas anderes vor? Da ist mir nichts eingefallen. Alles war verwildert. Meter für Meter mussten sie sich durchs Gestrüpp schneiden. Und auch zehn Jahre später sind sie noch lange nicht fertig. Da wird jeder gebraucht. Das Gelände besteht aus einem nicht enden wollenden Hang und ist immer wieder für Überraschungen gut, erzählt uns Sarah, die Tochter der Ackermanns. Wir wussten gar nicht, was hier unten alles gibt. Also, dass da Gärten sind oder da hinten Gärten sind. Beziehungsweise da unten gibt es eine Ruine. Die haben wir irgendwann entdeckt, einfach beim Freischneiden. Nachdem die letzten Bewohner gestorben waren, lag 60 Jahre lang alles brach. Wo sie jetzt mit ihren Enkeln stehen, war kein Durchkommen und die über 100 Jahre alten Kastanien von einem Pilz befallen. Alle Bäume sahen so aus. Manche noch schlimmer als da jetzt. Aber ungefähr kann man sich das so vorstellen, dass überall die Totenäste rauskamen. Und die mussten einfach geschnitten werden, weil irgendwann geht der Baum sonst ein. Sie können nach oben ziehen. Wir haben noch Platz, oder? Ja, nix. Ja, nix. Jahrhundertelang waren Kastanien in den Cervennem das Grundnahrungsmittel der Menschen und das Futter für die Tiere. Nichts ging ohne sie. Das ist heute anders. Es wird nur ein Bruchteil von den Kastanienflächen bewirtschaftet, die es in Frankreich gibt. Aber es gibt eben Leute, die entdeckt haben, dass die traditionellen Kastaniensorten, die es bei uns noch gibt, weil sie eben nicht ersetzt worden sind durch moderne Sorten, dass die einen besonderen Geschmack haben und besonders geeignet sind, um daraus gute Kastanienprodukte zu machen, Creme de Maron zu machen, Kastanienmehl zu machen. Siebeneinhalb Tonnen ernten sie pro Jahr. Allein ist das nicht zu schaffen. Sie haben Hilfe von Öko-Volontären, Schüler oder Studenten, die für Kost und Logis ein paar Wochen mit anpacken. Eine gute Gelegenheit für Städter, das Arbeiten und Wirtschaften auf dem Land kennenzulernen. Wie die Ackermanns haben allein in den 90er Jahren etwa 6000 Menschen in den Sävennen ein neues Leben begonnen. Sie kamen aus Deutschland, Holland, Belgien, ganz Europa, aber auch aus den Großstädten Frankreichs, um hier Landwirtschaft zu betreiben, in einer gesunden Mischung aus Tradition und neuen Ideen. So trocknen die Ackermanns ihre Kastanien immer noch in einer traditionellen Clad, einem extra Trockenhäuschen. Aber statt dem ursprünglichen offenen Feuer haben sie einen Ofen angeschafft. Das macht die Sache einfacher. Wir möchten sicherlich nicht in jedem Detail so leben, wie Menschen das früher getan haben. Aber wir finden das schon beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Leute hier gewirtschaftet haben, obwohl die Bedingungen immer schwieriger waren. Weil da, wo man lebt, möchte man gerne auch anbauen, was man isst. Und das scheint uns alles irgendwie ganz naheliegend und vernünftig zu sein. Mit Landwirtschaft hatten sie vor ihrer Ankunft hier nichts zu tun. Inzwischen ist sie ihre Lebensgrundlage. Und die Chancen stehen gut, dass ihre Kinder und Enkel den Hof später weiterführen. Ich würde gerne diesen Hof irgendwann mal übernehmen wollen. Weil ich das richtig finde, das Leben so, wie es hier ist. Dass man für sich selbst sorgt, dass man nicht abhängig ist von anderen Dingen und für sich selbst arbeiten kann, immer zu Hause sein kann und die Kinder rumherum schwören und die immer wissen, ja, man isst da irgendwo. Das, was wir machen, hat hier einen seiner letzten Plätze, den es überhaupt noch haben kann in Europa. Weil wir haben um uns herum ein Umfeld, was relativ intakt ist, wo man ernsthaft noch ökologisch wirtschaften kann, ohne sich mit den Problemen seiner Nachbarn beschäftigen zu müssen. Wir hocken mitten in einem 300 Quadratkilometer großen Weltkulturerbe, das ein Weltkulturerbe ist, weil es keinerlei Industrie da gibt. Das ist was Einzigartiges, das ist was Besonderes und wir sind froh, dass wir diesen Platz so früh gefunden haben und heute hier sind. Geierpicknick. Sie haben den Braten in Philipps Kofferraum schon gerochen. Totes Vieh von Bauern, die keine eigene Geierfutterstelle haben, bringt Philipp zu dieser abgelegenen Lichtung. Die Vogelschützer haben hier auch eine Krankenstation eingebracht. Diesen jungen Gänsegeier haben Wanderer vor ein paar Tagen gefunden, schwer verletzt. Nächsten Monat soll er in Bulgarien ausgewildert werden. Auch dort setzt man wieder auf die Transhumanz und auf die Hilfe der Aasfresser. Verschliebendung. Also romantisch ist das nicht, aber es bringt uns viele Informationen, denn die Geier sind ja alle beringt. Kürzlich hatten wir zwei Geier aus Kroatien. Als wir die Leute dort informiert haben, haben die sich riesig gefreut zu erfahren, dass ihre Geier hier bei uns unterwegs sind. Es ähnelt einem Rugby-Match. Zimperlich ist hier keiner, wenn's ums Fressen geht. Außer sie sind frisch verliebt, wie dieses Mönchsgeierpaar, das Besseres zu tun hat, als sich um ein totes Schaf zu streiten. Doch dann versucht er doch noch, ihr einen Bissen zu ergattern. Am Ende bleibt nichts übrig als ein paar Knochen. Saubere Arbeit. Die Ausbreitung von Krankheiten wird so auf natürliche Art und Weise ausgeschlossen. Eine tausende Jahre alte Methode, in den Zevennen erfolgreich neu aufgelegt. Musik Es wird ernst für die deutsche Touristin. Nach dem Esel-Intensivkurs geht es heute auf große Tour. Eine Woche lang mit einem Esel durch die Kulturlandschaft der Zevennen. Auf den Spuren Stevensons. Ein echtes Abenteuer. Ich war schon ganz früh wach, weil ich so aufgeregt war. Stevenson war damals bei weitem nicht so gut vorbereitet. Er hatte seinen Esel viel zu voll bepackt, mit Schlafsack schweren Konserven. Sie war vernünftiger beim Packen. Für den Esel, sein Putztürk, seine Regendecke, Hufkratzer. Dann habe ich noch eine Medizin für ihn gekriegt, wenn er sich mal verwundert. Das ist so eine Art Pulver, das wird mit Wasser ein bisschen aufgelöst und das würde ich ihm dann aufschmieren. Und ansonsten ist ja in jeder Unterkunft auch was zu fressen da. Also brauche ich gar nicht so viel. Der Rest ist für mich. In einer Woche werden sie zurück sein. Dann werden sie eine Gegend erlebt haben, die einzigartig ist. Und Menschen, die trotz aller Schwierigkeiten fest an eine Zukunft hier glauben. Weil sie eine Form des Wirtschaftens gefunden haben, die den Zevennen gerecht wird. Neues, mit Altem verbindend. Behutsam und entschlossen zugleich. Massentourismus wird es hier nie geben. Die Zevennen stehen für Abgeschiedenheit und Ruhe. Ich glaube, der Ökotourismus wird sich weiterentwickeln. Die Zevennen müssen bewahrt werden. Und unsere schwache Infrastruktur wird weiter dazu führen, dass nur Leute zu uns kommen, die es wirklich, wirklich wollen. Ich glaube, es wird Leute geben, die klug genug sind, diesen Weg weiterzugehen. Sie werden es sicher nicht genauso machen wie ich. Aber ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Tieren in dieser Gegend weiter gestrüpp in Fleisch verwandeln werden. Das gehört zur Schönheit dieser Gegend. Und deshalb hoffe ich, dass die Transhumanz überleben wird, immer weiter geht. Aber ob ich in zehn Jahren noch in den Zevennen bin, das weiß ich nicht. Also wir bleiben bis zur Rente. Wir werden hier arbeiten, bis wir nicht mehr können. Eine Zukunft gibt es hier nur im Tourismus und in der Landwirtschaft. Wer hier leben will, muss sich dem anpassen. Und das wollen wir. Unsere Region und unsere Produkte bekannt zu machen, das ist mein Wunsch für die Zukunft. Damit wir die einfachen Dinge wieder entdecken. Und das ist mein Wunsch für die Zukunft, das ist mein Wunsch für die Zukunft. Der Spreewald. Südlich von Berlin und weit im Osten Deutschlands, kurz vor der Grenze zu Polen, liegt eine der ungewöhnlichsten Kulturlandschaften Mitteleuropas. Die Spree verzweigt sich hier ganz plötzlich in unzählige flache Wasserarme. Im Kern dieser zerfurchten Landschaft, dem inneren Spreewald, leben die Menschen wie in einem Mosaik aus kleinsten Feldern, Wiesen, Gärten und Wäldern. Tausend Kilometer Wasserwege liegen wie ein Spinnennetz über dem Land und teilen es in zahllose kleine Inseln. Es ist eine Landschaft zwischen Überschwemmung und Trockenheit. Ein sensibles ökologisches System und eine große Herausforderung für die Menschen, die hier leben und das Land bewirtschaften. Die Straßen des Spreewalds sind die Fließe, die Wasserwege, die seit der letzten Eiszeit dieses Land formten. Bis heute ist das wichtigste Fortbewegungsmittel der Kahn, auf dem die Menschen durch das fischreiche, flache Wasser starken. Im alten Dorf Lede lebt Sebastian Kilka auf einem Hof an den Fließen. Schon in der fünften Generation bewirtschaftet er die kleinen Ackerflächen seines Landes, baut auf verschiedenen kleinen Inseln Getreide, Gurken und Kartoffeln an. Vor allem für sich und seine Familie. Einen Teil des Gemüses verkauft er an Spreewälder Gastwirtschaften. Ein paar Schafe und eine kleine Rinderherde hält er auch. Mit der Konkurrenz der bäuerlichen Großbetriebe kann er nicht mithalten. Doch Bauer Kilka ist Landwirt aus Leidenschaft und Tradition. Stolz bewahrt er das Erbe seiner Vorfahren. Was seit Jahrhunderten hier selbstverständlicher Arbeitsalltag war, wird heute zur Touristenattraktion. Seine Verbundenheit zu dieser besonderen Kulturlandschaft des Spreewaldes ist es, die ihn an der mühevollen Arbeit festhalten lässt. Wir können viel zu wenig anbauen. Der Arbeitsaufwand ist zu intensiv. Mit Großtechnik ist hier absolut nichts möglich. Die Flächen haben im Schnitt 300 bis 500 Quadratmeter, die Ackerstücken. Und da lohnt sich maschineller Einsatz kaum. Kilkas wenige kleine Ackerflächen und Weiden sind im Spreewald weit verstreut. Nur ein Feld liegt ganz in der Nähe der Insel, auf der er wohnt. Mit einem langen Holzstab, dem Rudel, manövriert er seinen Kahn durch die Fließe. Ich lebe hier auf einer Insel, die mit Wasser umgeben ist. Und ich kann mein Grundstück nur mit dem Kahn erreichen. Die ganze landwirtschaftliche Feldbewirtschaftung wird alles über den Kahn bewerkstelligt. Ich muss alles mit dem Kahn her transportieren. Selbst zum Einkaufen, alles mit dem Kahn. Anders geht's nicht. Gebaut in der typischen Holzbauweise des Spreewalds ist das 100 Jahre alte Blockhaus das Zentrum des Hofes und der Insel. Dadurch, dass wir im Spreewald eine kleinflächige Landbewirtschaftung haben, ist es unrentabel. Man kann zu wenig anbauen, dass man Massen verkaufen kann. Dadurch, dass man viel Handarbeit hat, wird der Stundenlohn sehr heruntergedrückt. Und wenn man seine Produkte zu dem Preis verkaufen möchte, die sie eigentlich wert wären, wenn man seine Arbeit mitberechnet, würde es keiner mehr bezahlen oder könnte es keiner bezahlen. Ein bisschen Spaß an der Freude muss man dafür haben. Ansonsten ein erträgliches Geschäft ist es nicht, dass man davon überleben könnte. Kilka führt seinen Hof nebenbei, als Nebenerwerbshof. Vor allem am Wochenende und am Abend kann er sich um die Bewirtschaftung kümmern. Auch wenn die Landwirtschaft viel zusätzliche Arbeit und Zeitaufwand bedeuten, Kilka weiß, dass genau diese Arbeit erst das Gesicht dieses Landstrichs prägt und er hier mehr tut, als nur zu produzieren. Sogar zu den Sommerweiden seiner Rinder führt eine lange Strecke mit dem Kahn. Die Weiden und Felder des inneren Spreewalds sind vielerorts aufgeschüttet. Eine künstliche Erhöhung, die vor Hochwasser schützen soll. Erst dadurch wurde eine kontinuierliche Bewirtschaftung möglich. Mindestens zweimal im Jahr wurde die Region früher vom Hochwasser heimgesucht. Als die ersten Siedler in den Spreewald kamen, gab es weder Wiesen noch Felder. Die Landschaft war verbuscht, vollständig mit Erlenwald überwuchert und von riesigen Moorem durchzogen. Ein nahezu undurchdringliches und unheimliches Gelände. Für die Landwirtschaft ungeeignet. Diese einzigartige Landschaft hat die letzte Eiszeit hinterlassen. Beim Abschmelzen der Gletscher floss das Wasser in einem riesigen Urstromtal zusammen. Hier im flachen Land floss das Wasser nur sehr langsam ab. Der Strom bildete die stark verästelten Fließe. Es entstand ein moorig-sumpfiges Wasserlabyrinth. Der Moorboden mit seinem sehr hohen Grundwasserspiegel macht den meisten Pflanzen das Überleben schwer. Auf diese Verhältnisse spezialisiert ist die Erle. Mit ihrem flachen, zusätzlichen Wurzelgeflecht kann sie die ständigen Wasserschwankungen ausgleichen. Tausende Erlen säumen bis heute die Ufer der Fließe. Sie sind die eigentlichen Urbewohner des Spreewaldes. Dort, wo es keinen Abfluss des Wassers mehr gibt, entstehen Kesselmoore. Hier sind sogar die zehn Erlen dem Tod geweiht. Doch es ist ein Paradies für Amphibien. Der ständig durchnässte Boden machte es den Landwirten schwer, den Boden zu kultivieren. Und so bauten sie im ganzen Spreewald Kanäle, um den Boden zu entwässern. Aber auch dabei ist in diesem sensiblen Ökosystem Vorsicht geboten. Zu starke Entwässerung führt zu Austrocknung. Für die Bauern in der Region ist das Gleichgewicht zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit die Voraussetzung, um überhaupt wirtschaften zu können. Der Untersprreewald ist der letzte nördliche Teil des weitverzweigten Wassernetzes, bevor sich die vielen Wasserarme wieder zu einem Strom vereinigen. Da fließt die Prätschner Spree. Das ist ein kleiner Flusslauf und hat die Besonderheit, dass eine renaturiert worden ist vor ein paar Jahren. Damit kann diese Wiese auch wiederum so sich und auch der Moorkörper dieser Wiese so verhalten, wie er eigentlich sich verhalten muss. In dieser urbar gemachten Moorlandschaft sucht Sascha Philipp nach neuen Strategien, ökonomisch tragfähig und ökologisch auf die Region abgestimmt zu wirtschaften. Das heißt also, wir haben hier eine beständige Durchfeuchtung der Wiese. Der Moorkörper kann sich aufbauen, er wird nicht mehr abgebaut. Von daher ist dem Naturschutz definitiv genügend getan. Und, und das ist das Schönste für uns als Landwirte, dass sie halt eben nicht versumpft die Wiese und wir die dadurch kontinuierlich bewirtschaften können und insgesamt sogar einen höheren Ertrag bekommen können, als es vorher der Fall war. Der Moorkörper lebt hier wieder, nimmt Wasser auf und gibt es auch wieder ab. Sascha Philipp will das Land, was er bewirtschaftet, ganz genau kennen, um sich einzustellen. Das sind vielfach Gräser, die einen nicht so hohen Futterwert haben. Das heißt also, es gibt wohlschmeckende Gräser und es gibt Gräser, die eben nicht so wohlschmeckend sind. Und auf diesen Standorten wachsen halt vielfach Gräser, die eben nicht so wohlschmeckend sind. Das heißt, es sind halt richtige Sauergräser, Gräser, an denen können sie sich so die Finger schneiden, so scharfkantig sind sie. Die fressen diese Tiere eigentlich überhaupt nicht. Damit haben wir natürlich ein Problem. Und wir sind selbst aktuell dabei, diese Rasse jetzt umzuzüchten. Seine 600 schwarzbunten Rinder sind eine nur auf Milchleistung gezüchtete Rasse. Philipp will weg von dieser reinen Hochleistungsrasse. Wir versprechen uns davon, dass wir jetzt also eine höhere Bemuskelung der Tiere haben und dass die Tiere vielleicht auch genügsamer mit diesem hier wachsenden Futter dann umgehen können. Hey, nee, weiter. Hey, hey. Philipp betreibt eine Art Rückzüchtung. Eine Anpassung der Rinder an diesen spezifischen Standort, an dem früher ein viel kleineres, zäheres Rind zu Hause war. Bei einer Trächtigkeitsuntersuchung der Fersen lässt Sascha Philipp vom Landtheat den Erfolg seiner Züchtungsversuche prüfen. Wir tragen das auf jeden Fall. Trächtige Tiere werden von der Herde isoliert. Nicht-Trächtige bleiben bei dem Bullen auf der Wiese. Vor 20 Jahren hat Sascha Philipp das alte Landgut Prätschen übernommen und Schritt für Schritt wieder aufgebaut. Als er hierher kam, war er von der Schönheit der Landschaft fasziniert und nahm die schweren Bedingungen des Landbaus als Herausforderung. Landwirtschaft hat er studiert und sich auf Ökolandbau spezialisiert. Daraus entwickelte er eine eigene Strategie. Er analysiert das Klima und den Boden ganz genau und passt seine Idee einer ökologischen Landwirtschaft dem Land an. Er versucht Feldfrüchte und Gemüsearten zu kultivieren, die längst vergessen sind oder nur selten im Spreewald angebaut werden. Er testet das Land. Und sein Herangehen hat Erfolg. Inzwischen hat er das Gut zu einem mittelständischen Unternehmen weiterentwickelt. Mit seiner Familie und seinen Eltern lebt Sascha Philipp im alten Gutshaus, den neuen Traum einer erfolgreichen und nachhaltigen Landwirtschaft. Der Spreewald ist ein von der UNESCO anerkanntes Biosphärenreservat. Sein Artenreichtum an Pflanzen und Tieren ist enorm. Wälder, Moore, Wasserwege, Trockenwiesen. Auf kleinsten Flächen gibt es die unterschiedlichsten Lebensräume. Eine Vielzahl an Biotopen. Deshalb sind Teile der Wiesenlandschaften im Spreewald geschützt und die Landwirtschaft stellt sich darauf ein. Landwirte mähen hier später als üblich. Erst dann, wenn die Pflanzen ihre Samen bereits streuen und auch Kleintieren Schutz und Nahrung bieten konnten. Die Spätemat ist eine ganz einfache Möglichkeit, Artenreichtum auch auf bewirtschafteten Wiesen zu sichern. Naturschutz und Landwirtschaft gehen im Spreewald schon vielerorts Hand in Hand. Erst die Kombination aus beidem macht die Region lebensfähig. Im Süden des Spreewalds liegt ein ganz besonderes Spreewalddorf. Bei einer Kolonisierung von landsuchenden Menschen wurde dort der Spreewald systematisch entwässert. Auf einer riesigen Fläche entstand die grösste Streusiedlung Deutschlands. Mit vielen einzeln stehenden Gehöften, zu denen jeweils ein paar Morgen Land gehörten. Nicht viel Land, aber damals genug zum Überleben. Der Dorfteil Burg Kauper erinnert an die ganz frühe Besiedlung des Landes, als sich die ersten Siedler auf Sandaufschwemmungen, den Kaupen, in diesem sumpfigen Gebiet niederließen und begannen, das Land zu bewirtschaften. Oft geometrisch angeordnete Felder und Streuobstwiesen sind typisch für diesen Landstrich. Die alten Gehöfte haben die Siedler in einer ganz charakteristischen Blockhausbauweise errichtet. Sie zu erhalten, zu restaurieren und weiter zu nutzen, ist sehr aufwendig. Einige sind dem Verfall preisgegeben. Doch inzwischen hat die Region den Wert dieser typischen Spreewaldarchitektur erkannt und fördert die Erhaltung dieser Kulturgüter, auch als touristische Attraktionen. Holzbohlen aus Erle und Birke sind horizontal übereinander gebaut und an den Hausecken überlappend verbunden. Die einfachen, oft reetgedeckten Blockhäuser mit ihren kleinflächigen Feldstrukturen geben dem Spreewald erst sein Gesicht. In den Fliesen und Kanälen dieser Landschaft war das erste Fortbewegungsmittel der Einbaum, ein einfach ausgehöhlter Baumstamm, mit dem sich die Menschen wie in einem Kajak über die Fliese tragen ließen. Die Blockhäuser stehen auf Punktfundamenten. Wie Ministelzen erhöhen meist große Findlinge das Fundament des Hauses. Alles zum Schutz vor Hochwasser. Weil Landwirte wie Sebastian Kilker inzwischen nicht mehr von ihren kleinen Ländereien leben können, setzen die Spreewälder auf die Kombination mit anderen Einkommen. Der Tourismus soll zur Erhaltung ihrer Landschaft helfen. Einige der alten Holzhäuser sind inzwischen einträgliche Ferienhäuser. Viele Bauern im Spreewald bestreiten ihr Leben aus einer Kombination von Tourismus und Landwirtschaft. Sie haben einen Bauernhof und gleichzeitig vermieten sie Zimmer an Urlauber, arbeiten in den Gaststätten oder sind Kahnführer. Streuobstwiesen sind über den ganzen Spreewald verteilt. Kirsch, Apfel, Zwetschgen und Birnenbäume stehen auf kleinen Wiesen dicht nebeneinander. Die Monokulturen der Obstplantagen gibt es hier fast gar nicht. Torsten Römer destilliert feine Obstbrände der Region und brennt für den Spreewald eigentlich ganz untypisch Whisky. Die nährstoffreiche Maische, die beim Brennen des Whiskys anfällt, verfüttert er an seine Fleischrinder. Römer veredelt die landwirtschaftlichen Produkte der Region und verkauft seine Brände inzwischen weltweit. Er brennt auf zwei kleinen Brennanlagen. Eine saubere Destillation der Brände ist die Grundlage der hohen Qualität seiner Produkte. Unsere Obstbrände kommen ausschließlich hier aus dem Spreewald. Es gibt Mostereien, die natürlich auch viel Obst aus der Region verarbeiten, zusammenzuarbeiten. Aber auch Streuobstwiesen, aber auch Straßenobst, also Straßenbaumobst, was wir selber pflücken. Und natürlich das große Gebiet des Wildobstes. Also wir sind Hardliner und brennen alles, was einigermaßen Zucker- oder Pektin-haltig ist und eine gewisse Ausbeute an Alkohol ermöglicht. Römer studiert die alten und neuen Obstsorten der Region. Er sucht das Besondere. Die Mispel ist mit den Römern hier über die Alpen gekommen und war bis ins Mittelalter eigentlich verbreitet. Und als dann Äpfel, Birnen Europa ganz erreicht haben, Züchtung ganz erschlossen haben, da ist die Mispel leider so ein bisschen zurückgedrängt worden und fast vergessen. Und es gibt nur noch so einzelne Wildlagen. Und um dem ein wenig entgegenzuwirken, haben wir beschlossen, Mispelbäume zu pflanzen. Das Geheimnis der exzellenten Brände liegt für Römer in der Auswahl der Früchte, aber auch im Fasslager. Hier entwickeln sich die besonders feinen Aromen. Also man sollte sich schon die Zeit nehmen, anständige Fässer suchen, die noch Restaromen von den frühen Stoffen, die da drin waren, haben Weine, Sherry, Madeira, Weine, Ähnliches. Und dann versuchen, das zu komponieren mit dem Alkohol, mit dem Brand, mit dem Eigenbrand, den man da reintun will. Römer hat inzwischen eine Eigenmarke entwickelt und wirbt mit der Region für seine Brände, die über Deutschland hinaus Anerkennung finden. Sein Whisky ist bereits mit internationalen Preisen bedacht. Ich möchte gerne noch, weiß ich, ein paar tausend Bäume pflanzen. Bäume speziell für die Brennerei. Mit irgendwelchen interessanten Aromen versehen. Irgendwas schaffen, was besonders ist, was wirklich gut ist, was vielleicht mal prämiert wird, was den Leuten Spaß macht, was Entdeckerlust eigentlich. Gleich hinter der Brennerei liegt ein Vlies, das direkt in die geschützte Kernzone des Biosphärenreservats Spreewald führt. Hier gibt es keine Landwirtschaft. Der Erlenbruchwald bleibt sich selbst überlassen. Die Wiesenecker und Felder verschwinden bald. Der Wasserweg führt in den Urzustand des Spreewalds und lässt die Zeit erahnen, in der die ersten Siedler auf dieses Land gestoßen sind. Erst durch Rodung und Entwässerung haben die Menschen das Land urbar gemacht und einen Überlebensraum geschaffen. Nur mit Kähnen, Kanus oder Kajaks durchqueren Menschen diese streng geschützte Naturschutzzone. Eine Form des sanften Tourismus. Wasser ist für das Wirtschaften im Spreewald das alles entscheidende Element. Immer schon gab es zu viel oder zu wenig. Selten war das System im Gleichgewicht. Schon wenige Tage starker Regen genügten früher und das Wasser trat über das flache Ufer der Fliesse. Mit der Zeit entwickelten die Spreewälder ein ausgeklügeltes System zur Wasserregulierung. Entlastende Kanäle, Wehre und Schleusen schützen nunmehr vor Hochwasser. Auch im Biosphärenreservat. Bachstelzen haben ihr Nest mitten in einer Schleusenanlage gebaut. Weil Touristen immer wieder durch die Schleuse paddeln, ist die Fütterung der Jungtiere ungewohnt aufregend. Die Vogelwelt im Spreewald ist faszinierend und artenreich zugleich. Mindestens 250 Vogelarten sind hier zu Hause. Um diese Artenvielfalt zu schützen, gibt es diese streng geschützten Rückzugsräume, in denen auch jeder landwirtschaftliche Eingriff verboten ist. Manchmal veranlasst diese Störung, die Bachstelzen den mitgebrachten Proviant selbst zu fressen, um ja nicht den Touristen zu nahe zu kommen oder das Nest zu verraten. Hochwasser war für die Menschen hier immer schon ein Bestandteil ihres Lebens. Sie hatten sich daran gewöhnt. Doch es machte das Überleben schwer. Manchmal kam es zu Hochwasserkatastrophen. Ernten konnten nicht eingefahren werden. Menschen starben. Es ist paradox. So schnell das Land überschwemmt wird, so schnell trocknet es auch wieder aus. Der teils moorig, teils sandige Boden bindet das Wasser nicht lange. Ausgerechnet im wasserreichen Spreewald macht Dürre, den Bauern im Sommer immer wieder zu schaffen. Eine sehr wirkungsvolle Methode der Wasserregulierung sind zwei künstliche Kanäle, die den inneren Spreewald mit seinen Hunderten Fließen wie zwei wasserarme südlich und nördlich umfassen. Durch sie kann, je nach Wasserbedarf, viel oder wenig Wasser geleitet werden. Große Wassermassen leiten diese Umfluter schnell ab, indem sie überschüssiges Wasser aufnehmen. Zusammen mit den Wehren und Schleusen bilden sie einen überlebenswichtigen Staugürtel, der immer wieder neu justiert werden muss. Der Boden- und Wasserverband im Spreewald kümmert sich um dieses Stausystem. Diese Arbeit ist die eigentliche Lebensgrundlage für Sebastian Kilker. Dadurch, dass das Kraut im Sommer einen starken Wachstum hat, ist die Sohle stark zugewachsen. Und das verhindert den Abfluss des Wassers und es bildet sich ein Rückstau. Mir bedeutet diese Arbeit, dass ich erstmal ein Einkommen habe. Zum anderen bin ich darauf angewiesen, dass die Fließe geräumt, bearbeitet, bewirtschaftet werden. Weil ich ja persönlich dran hänge mit meinem Grundstück, mit meiner Landwirtschaft. Ich arbeite in meiner Heimat, in der Natur. Und zum anderen macht mir diese Arbeit unheimlich viel Spaß. Kilker hält das Wasser im Spreewald am Fließen. Er trägt mit seiner Arbeit genauso zur Erhaltung dieser Landschaft bei wie mit seiner Landwirtschaft. Im Spätsommer fahren sie unermüdlich über die Felder, die Gurkenflieger. Für seinen Gemüseanbau war der Spreewald schon früh bekannt. Doch kein Gemüse hat eine so hohe Bekanntheit erreicht wie die Spreewaldgurke. Vor Jahrhunderten brachten sie vermutlich holländische Siedler mit und pflanzten sie auf ihren kleinen Ackerflächen inmitten der Fließe. Heute ist die Nachfrage so groß, dass die Gurkenbauern sie auf großen Ackerflächen in den Randlagen des Spreewalds anbauen. Eingelegt in einer Gewürzmischung aus Senfkörnern, Kräutern und Essig sind die Gurken das Markenzeichen der Spreewälder Landwirtschaft. Die Gurken spielen für Ökobauer Philipp keine Rolle. Sie ökologisch anzubauen ist schwierig, sie sind zu krankheitsanfällig. Stattdessen sucht er auf seinem immer weiter wachsenden Hof nach Alternativen für seinen Weg des ökologischen Wirtschaftens. Neben der Milchwirtschaft will er vor allem den Gemüseanbau weiterentwickeln und testet verschiedene Getreidesorten auf ihre Anpassungsfähigkeit an den Boden des Spreewaldes. Er analysiert und experimentiert, sucht nach neuen Wegen in der Landwirtschaft. Seine Chance sieht er vor allem in den Nischenprodukten des ökologischen Landbaus. Produkte, für die es weniger Konkurrenz auf dem Markt gibt und die von den Kunden immer mehr nachgefragt werden. Um genau zu wissen, ob seine Felder erntereif sind, prüft er das Getreide auf seinen Wassergehalt und verlässt sich nicht nur auf seine Erfahrung. Normalerweise ist der Spreewald vom Kontinentalklima beeinflusst. Das fängt also wirklich hier an. Das heißt also kalte, relativ feuchte Winter und einen ausgeprägt trockenen, heißen Sommer. Das ist insofern sehr schlecht, weil der Boden hier ganz sandig ist und er hält eben kein Wasser. Und damit ist der Ertrag, den man theoretisch hier bekommen könnte, auch nur Theorie. Und als Landwirt kann man damit eigentlich gar nicht umgehen, man muss damit leben. Das ist eben das Armenhaus der Landwirtschaft in Deutschland und damit müssen wir einfach umgehen. So, da wäre zum Beispiel der Öllein, würde dann ins Spiel kommen oder solche Kulturen, die auch ganz typisch sind für diese Gegend. Die Leinensaat und der Saatleindotter waren wichtig für die Speiseölherstellung. Doch entscheidend waren ihre Fasern, der Flax als Rohstoff für Stoffe. Sascha Philipps Öko-Getreide geht zu einem kleinen Teil direkt an die Prätschener Landbäckerei. Dort wird das Bio-Brot gebacken, das Philipp später in seinem Hofladen verkauft. Es ist Philipps Vertriebsmodell der direkten und kurzen Wege, das den regionalen Wert eines Produktes stärkt und immer mehr nachgefragt wird. Die Vision ist, dass auf Dauer sich ein lebendiges Dorf halten kann. Noch ist Prätschener lebendig, aber die Gefahr besteht ja immer, dass es irgendwann auch ausstirbt. Das heißt also, wir müssen hier Arbeitsplätze haben, die auch für junge Leute interessant sind. Der Hofladen ist bei Dorfbewohnern und Touristen beliebt. Sie vertrauen den Produkten. Aber der Kopf des Betriebes muss so denken. Er muss bäuerlich denken, unternehmerisch handeln und muss dann trotzdem noch die Freiheit eines modernen Menschen irgendwie dann haben. Doch der Hofladen ist klein, gemessen an Philipps bislang größtem Erfolg. Im Herbst ist er der größte Öko-Schigori-Bauer Deutschlands. Veredeln, vermarkten, Tourismus. Also diese Sachen zusammenzubringen. Und da ist schon meine Vision, dass einfach das Gut an der Stelle der Nabel des Ganzen ist. Also der Ursprung aller Dinge, was das Gut hier erwirtschaften kann oder hervorbringen kann von den Flächen. Dass das hier verarbeitet werden kann, dass es dann hinterher verkauft werden kann. Dass die Menschen dann auch herkommen, um das zu erleben. Damit wird das Dorf wieder lebendig. Die guten Erfahrungen der direkten und vor allem transparenten Wege in der Vermarktung seiner Produkte im Kleinen versucht Sascha Philipp jetzt auch im Größeren umzusetzen. Seine Idee der ökologischen Nischenprodukte ist so erfolgreich, dass er weitere Projekte folgen lassen und expandieren will. Seit Baumwolle den Flachs fast völlig verdrängt hat, lohnt der Anbau der winzigen Leinsamen kaum noch. Doch die alte Windmühle in Straupitz dreht sich unermüdlich. Die Mühle steht unter Denkmalschutz. In ihr wird ein traditionelles Handwerk fortgeführt. Ein Ölmüller presst mit der Windkraft aus der fast vergessenen Leinsaat Leinöl. Um dem Öl seinen leicht bitteren Geschmack zu nehmen, röstet der Ölmüller das Leinschrot, bevor er es dann in den Metallformen auspresst. Ein nussig schmeckendes, sehr gesundes Öl entsteht. Früher war das Leinöl zusammen mit Kartoffeln und Quark ein ganz typisches Spreewälder Alltagsgericht. Heute gilt das Leinöl als besonders gesund. Deshalb lohnt sich die traditionelle Pressung wieder. Die außergewöhnliche Zusammensetzung seiner Fette macht es zu einem wertvollen Lebensmittel und sorgt für Nachfrage. Der Weißstorch ist der typische Vogel für den Spreewald. Mit nassen Füßen hat er kein Problem. Frösche, Mäuse und Insekten. Im sumpfigen Gelände findet er Nahrung im Überfluss. Die Storche scheuen die Menschen nicht. Vor Urzeiten, als die Menschen immer mehr Wälder rodeten, haben sich die Storche vom Baumbrüter zum Dorfbewohner entwickelt. Das macht sie zu Kulturfolgern, Tieren, denen die Anwesenheit von Menschen mehr nutzt als schadet. Auf Dächern und Schornsteinen bauen Storche ihre imposanten Nester am liebsten. Doch die passenden Brutplätze und auch die sumpfigen Jagdgründe wurden immer weniger. Weil die Natur im Spreewald unter Schutz steht, können inzwischen wieder viel mehr Storchenpaare ihre Jungen großziehen, bevor sie im späten Sommer zu ihren Überwinterungsquartieren in Afrika aufbrechen. In fast jedem Spreewalddorf finden sich nur für die Storche aufgestellte Plattformen, ideale Orte für den Horstbau. Jetzt, im Spätsommer, sind die Elterntiere in unablässiger Schichtarbeit damit beschäftigt, für die fast pflögen Jungvögel genügend Futter herbeizuschaffen. Nicht mehr lange und der Vogelzug beginnt. Neben den Storchen finden viele Singvögel, aber auch Greifvögel wie der Fischadler im Spreewald einen Rückzugsort. Wenn es Herbst wird im Spreewald, kann die Wurzelernte des Schikorees in Pritschen beginnen. Es gibt im Winter wenig Früchte, die man frisch hier aus der Gegend beziehen kann. Die Böden hier sind ja nicht besonders fruchtbar und haben halt erstmal eine Frucht gesucht, die genügsam war. Unter anderem ist halt der Schikoree eine relativ genügsame Frucht. Aus den geernteten Wurzeln soll später das eigentliche Gemüse, eine frische Schikoree-Blüte, wachsen. Dazu muss Sascha Philipp für die Wurzeln einen künstlichen Winter schaffen. Zuvor werden die Wurzeln sortiert, angeschnitten und in hunderten Wannen aufrecht nebeneinander gestellt. Der ist von belgischen Bauern entdeckt worden, die Wurzeln für die Kaffeeherstellung angebaut haben. Also der Muckefuck, dieses Bittere des Muckefucks kommt halt durch die Zichorienwurzel. Und diese Wurzeln hat man in einer Miete gelagert, mit Stroh abgedeckt und siehe da, sie sprossen wieder aus. Auf dem Feld würden die Pflanzen erst im Frühjahr einen jungen Spross entwickeln. Mit einem mehrwöchigen künstlichen Winter in der Kühlkammer simuliert Philipp Frost. Für die Pflanzen ist es wie ein Winterschlaf. Anschließend gaukelt Philipp dem Schikoree Frühling vor. Er berieselt die Wurzeln mit warmen Wasser in der Treiberei. Nur mit Wasser. Jeder andere Zusatzstoff ist im Ökobetrieb verboten. Die Pflanzen lassen sich überlisten. Sie treiben aus den Wurzeln einen neuen Spross. Stockfinster ist es in der Treiberei. Denn jeder Lichtstrahl veranlasst die Pflanze zur Ausbildung eines Bitterstoffs. So bleiben die Pflanzen zwar blass, aber sehr schmackhaft. Sehr viel Arbeit steckt in einem Schikoree-Spross. Aus einer Wurzel ist nur einmal ein Spross zu ernten. 100 Tonnen erwirtschaftet Sascha Philipp jedes Jahr. Der Gemüsebau bindet naturgemäß sehr viele Arbeitskräfte. Von daher ist das eine Geschichte, die unter den sozialen Gesichtspunkten ebenfalls hochinteressant ist. Weil es sich zeigt, dass wenn man sich bemüht, wirtschaftlichen Erfolg mit dem sozialen Anspruch, Arbeitskräfte zu erhalten oder neu zu schaffen, auch verbinden kann. Die größten Singvögel der Welt, die Kollgraben, umzingeln jeden Morgen einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb im Unterspraywald. Ihr Singen klingt zwar nur wie ein heiseres Krächzen, doch ihre Intelligenz ist außergewöhnlich. Sie sind gut organisiert, schicken Späher aus, um zu prüfen, ob keine Gefahr droht und kein Mensch in der Nähe ist, bevor sie einen Anflug wagen. In dieser Freiland-Schweinehaltung hat jede Muttersau ihre Hütte mit einem umzäunten Auslauf, in der sie ihre Jungen zur Welt bringt. Die Ferkel können unter den Absperrungen ihre Hütten hindurchschlüpfen und in kleinen, ungestümen Rotten die Gegend erkunden. Es ist eine sehr naturnahe Haltung, die dem Tierschutz gerecht wird und nebenbei auch noch sehr hochwertiges Fleisch garantiert, weil die Tiere langsamer wachsen und weniger Wasser in ihren Muskeln einlagern. Doch die morgendliche Fütterung ist für die Geschäftsführerin des Hofes jedes Mal ein Graus. Die Kollgraben picken das teure Ökofutter in Massen weg und es werden im Laufe der Zeit immer mehr Raben, die von der Freiluftfütterung profitieren. Wir als Ökobetrieb, wir haben viel mehr Freiraum für die Tiere. Sie müssen auf Stroh gehalten werden. Und speziell hier haben wir das so, dass dieses natürliche Leben der Schweine ausgelebt werden kann. Die Ferkel werden hier geboren und sind schon von Anfang an draußen. Sie brauchen keine künstlichen Wärmequellen. Sie brauchen nicht mit Eisen geimpft werden, weil sie gleich in den ersten Lebenstagen in der Erde wühlen können. Wenn es jetzt ganz doll warm ist, wollen die Sauen manchmal draußen ferkeln. Und wir können sie nicht mehr draußen ferkeln lassen, weil während des Abferkelprozesses kommen die Raben und holen die Ferkel im Ganzen weg, so dass wir die Sauen in der größten Hitze manchmal einsperren müssen. Für Silvia Zeidler ist das Nebeneinander von Naturschutz und ökologischem Landbau hier ein Dilemma. Wir sind ja von Hause aus Naturschützer. Als Landwirt ist man mit der Natur verbunden. Aber diese Raben haben sich seit ungefähr sechs Jahren hier derart vermehrt, dass wir ein bisschen ratlos sind. Niemand kann uns helfen. Wir sehen das ein, dass die Raben geschützt sind. Aber wir bleiben letztendlich auf den Kosten und den Sorgen sitzen. Im Spreewald stehen Landwirte oft in dem Spannungsfeld zwischen Naturschutz und wirtschaftlichem Erfolg. Das Biosphärenreservat will zwischen beiden vermitteln und einen Ausgleich finden. Der Herbst in den Fliesen des inneren Spreewaldes. Das sogenannte Winterhochwasser wird Mitte November angefangen anzustauen. Es ist ein künstlich erzeugtes Hochwasser. Das steigt bei uns im Staugürtel das Wasser um 25 bis 30 Zentimeter an. Dadurch werden alle Wiesen und Waldflächen überflutet oder ein Großteil hat den Vorteil, dass es dadurch eine natürliche Düngung der Wiesenflächen gibt durch die mitgetragenen Schlamm- und Schwebstoffe im Wasser. Und man braucht eigentlich keine künstliche Düngung der Wiesenflächen vornehmen. Und im Herbst, Anfang November, Ende Oktober, je nach Witterung und Beschaffenheit der Flächen, werden die Rinder wieder auf den Hof in die Stallung gebracht. Für Rinder sind die Fliese im Spreewald vor allem natürliche Umzäunungen ihrer Weiden. Sie sind wasserscheu. Doch Sebastian Kilkers neuer Jungrinderherde bleibt keine Wahl. Sie muss zum Transport in ihr neues Zuhause, auf den Kahn. Früher haben meistens drei Generationen auf einem Hof gewirtschaftet, da waren viele Hände gewesen. Heute ist man fast allein, nur mithilfe von Freunden oder anderen Landwirten, dass man sich zusammenschließt und sich gegenseitig unterstützt. Ansonsten ganz alleine würde man es gar nicht schaffen. Nur für den Rindertransport hat Kilka zwei Kähne zusammengebunden und eine Stellage montiert, um den Rindern etwas Schutz und Orientierung bei der für sie ungewöhnlichen Fahrt auf dem Wasser zu bieten. Auch für Futter an Bord ist gesorgt. Kein Modell für die industrielle Landwirtschaft. Kaum mehr als 1,50 Meter tief sind die Fließe des Spreewaldes. Sebastian Kilka könnte problemlos durch sie hindurch warten. Doch das Wasser im dichten Netz der vielen hundert Fließe trat immer wieder über die Ufer und bedrohte das Leben der Menschen. Inzwischen ist das Leben hier viel sicherer. Doch leichter wird es nicht. Dem Bauer auf der Spreewaldinsel bleibt nur die Hacke und der Spaten. Oder er gibt auf. Früher war Kilkas traditioneller Bauernhof in den Spreewald fliessen nichts Besonderes. Heute wird er immer mehr zur Ausnahmeerscheinung, zum romantischen Anziehungspunkt für den Tourismus. Kilka spielt mit dem Gedanken, diese Landschaft und sein Leben auf dem Spreewaldhof den Touristen zu öffnen, um seine Heimat auf den Fließen auch in der Zukunft weiter pflegen und verteidigen zu können. Erst Bauern wie Sebastian Kilka formen mit ihrer Arbeit den besonderen Charakter dieser Landschaft. Er bewahrt diese alte Kulturlandschaft, hält die Flächen offen und die traditionelle Landwirtschaft am Leben. Damit macht er diese Landschaft auch für den Tourismus zugänglich und attraktiv. Einem wichtigen Wirtschaftszweig im Spreewald. Von den klassischen Arbeiten eines Bauern entfernt sich Sascha Philipp auf seinem Landgut in Pretschen immer mehr. Er kann gar nicht anders. Inzwischen arbeiten 29 festangestellte Menschen für das Gut. Philipp muss die Aufgaben eines Managers übernehmen. Er strukturiert, organisiert und vermarktet sein landwirtschaftliches Unternehmen. Kommunikation ist jetzt seine Hauptaufgabe. Den beiden Standbeinen seines Gutes, der Milchwirtschaft und dem Shikori-Anbau, fügt er ein neues hinzu. Ein Gewächshaus mit einer Grundfläche von zwei Hektar, riesengroß für einen Ökobetrieb. Doch die Nachfrage nach frischem, ökologisch angebautem Gemüse ist gerade im Winter enorm. Die schon beim Shikori angewandten Vertriebswege nutzt er auch für dieses neue, ambitionierte Projekt. Regelmäßig führt er Leiter von Bioläden aus der weiteren Umgebung durch seinen Betrieb, um so seine Idee des Ökolandbaus vorstellen zu können. Aber auch um seinen Betrieb möglichst transparent zu machen. Das finde ich auch das Schöne wieder. Das eine Projekt baut auf dem anderen auf. Also wenn wir hier nicht dieses Gewächshaus gebaut hätten, würden die Wachstengörfer auch nicht ihr Gewächshaus bauen, weil natürlich ein großer Teil der Auslastung... Die Betreiber der Bioläden können auf diese Weise ganz direkt Vertrauen zum Landwirt und den Produkten aufbauen. Sie werden zum Mittler zwischen Sascha Philipp und dem Verbraucher. Das Gewächshaus erfüllt im Endeffekt auch wieder den Zweck, dass es eine Nische wiederum bedient. Das heißt, wir wollen dort Gemüse anbauen, sprich Feldsalat in diesem Fall oder auch andere Winterkulturen, die wir in diesem beheizten Haus aus der Region dann hinterher auch liefern können. Auch den Beweis, dass Chicory sehr vielseitig ist und schmeckt, führt Sascha Philipp in Pritschen. In enger Abstimmung mit dem Landgasthof des Dorfes lässt er zum Abschluss seiner Führung die Produkte seines Hofes zubereiten. Information wird zum Genuss. Für so eine Gaststätte ist ganz klar, also wenn sie die Touristen, die hier durch das Dorf durchkommen, einfangen will, dann muss sie natürlich irgendwas Besonderes anbieten. Das Besondere ist das, was hier irgendwie aus der Region kommt. Und nichts ist natürlich dichter als der Bauernhof, der in dem Dorf dann liegt als Lieferant. Das heißt also, die bekommen Milch von uns und machen daraus Eis. Sie kaufen bei uns Fleisch ein und machen dann da wie eine Schnitzel draus. Und Chicory dann halt jetzt im Winter und so weiter. Das ist thematisch auch teilweise bezogen und entsprechend auf der Speisekarte ausgelobt. Es geht wirklich darum, dass diese Gegend lebendig bleibt, dass sie lebenswert bleibt. Und vor allen Dingen, wenn man diesen Sog Berlin vor der Haustür hat, da muss man eben auch was dagegen setzen. Und wir haben eben auch viel zu bieten. Ist vielleicht nicht gerade der Kuhnam, aber es gibt eben auch den Pritschener Anwalt, der ist auch sehr schön. Tradition und Moderne bestimmen das Leben im Spreewald, auch in der Landwirtschaft. Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus sind hier eine Verbindung eingegangen, die eine der bemerkenswertesten Kulturlandschaften in Mitteleuropa erhält. In ihrer Schönheit, in ihrer ökologischen Bedeutung und mit ihren besonderen Produkten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.